Diese Folge Cinecast entsteht mit freundlicher Unterstützung von Sax Audio – Your Sound, Your Style, Your Speakers Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge Cinecast. Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Nummer 63 und mit der 63 auch eine ganz besondere Folge zum Ende des Jahres. Wir sprechen nämlich heute über den für viele natürlich auch Filmen des Jahres, nämlich über Star Wars Episode 8. Und zu diesem Top-Film habe ich mir was Besonderes ausgedacht. Ich war am letzten Montag in Köln zur Presseverführung von Star Wars und habe dort zusammen mit dem Peter Dickmeier, den ihr mittlerweile ja auch aus einigen Folgen schon kennt, habe ich zusammen mit ihm ein Vorher-Nachher-Gespräch aufgenommen. Sprich, ihr bekommt zuerst die Eindrücke vor dem Film oder Erwartungshaltung und daraufhin dann auch unsere Ersteindrücke direkt nach dem Film. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Das ist auch komplett noch spoilerfrei. Also die nächsten 20, 30 Minuten werden sowieso noch spoilerfrei. Ich werde euch natürlich noch mit einem Warnhinweis versehen, sobald wir in den Spoiler-Bereich kommen. Also den bitte erst hören, wenn ihr den Film gesehen habt, wenn ihr denn spoilerfrei in den Film reingeben möchtet. Also dann viel Spaß. Lass die Vergangenheit sterben. Nur so kannst du werden, wozu du bestimmt bist. Die Dunkelheit erhebt sich genau wie das Licht, um sich zu messen. Ich brauche jemanden, der mir meinen Platz in all dem zeigt. Der Weg ist ein anderer, was du in dir vorgestellt hast. Star Wars. Die letzten Jedi. Ab 14. Dezember im Kino. So, wir sind jetzt hier live im CineDome und neben mir steht ein altbekannter, unser Freund der Peter. Hi. Hallöchen. Ja, ich bin aus dem gleichen Grund da, aus dem du und viele andere auch hier sind. Genau, wir gucken Jumanji. Noch nicht, den gibt es später, aber vorher das, also für viele das Kinoereignis des Jahres. Ich gehe davon aus, ja. Episode 8, die letzten Jedi, die Mehrzahl. Wir haben uns nicht spoilern lassen. Ich habe, wie ich es meistens tue, versucht, keinerlei Informationen vorher zu bekommen, weil die dann doch irgendwie tendenziös sind. Entweder euphorisch übertrieben oder einige machen es runter. Und auch inhaltlich möchte man sich nicht spoilern lassen. Ganz genau. Es ist, glaube ich, relativ dicht geblieben. Ich habe gestern noch im Internet irgendwo mitbekommen, dass wohl was über Snoke geleakt worden ist. Keine Ahnung. Habe ich mir nichts durchzugelesen und gehe auch komplett unvoreingenommen rein. Wie sind deine Erwartungshaltungen nach Episode 7 und vielleicht sogar, wenn man noch ein bisschen Rock One mit reinrechnet? Was erwartest du? Oder ja, von Episode 8. Ich glaube, man kann mit Recht ein großes Kino-Event erwarten. Die Erwartungshaltung ist weltweit so groß an diesen Filmen, dass man alles tun will, um diese zu erfüllen. Ich muss zugeben, dass ich nicht zu den Hardcore-Star-Wars-Fans gehöre. Ich lasse mich immer wieder gerne unterhalten und bin auch mehr oder weniger begeistert über das, was da kommt. Aber ich bin jetzt nicht zum Beispiel fakten sicher und könnte das ganze Universum irgendwie auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Aber für mich ist es ein Kino-Ereignis und ich freue mich natürlich auch drauf und lasse mich wirklich überraschen. Meine Erwartungen sind dank Rogue One, ich weiß, da bin ich nicht mit allen einer Meinung, aber dank Rogue One gestiegen. Den fand ich sehr ansprechend, weil er vielleicht auch ein bisschen ernsthafter, ein bisschen düsterer, ein bisschen vielleicht auch brutaler war. Im Kino kann ich das ab, im wirklichen Leben brauche ich keine Brutalität. Ganz genau. Und ja, ich gehe davon aus, also bei mir ist auch die Erwartungshaltung recht hoch durch Rian Johnson. Dem hat man mal soeben, die von Disney waren so begeistert, man hat denen sofort die nächste ganze Trilogie übergeben quasi und haben gesagt, hier komm, du machst jetzt die nächste Trilogie. Das ist ja schon ein Wort. Man hat sich erst gewundert, warum macht der Junge nicht Episode 9, warum Abrams? Kurz danach kam es ja raus, Rian Johnson macht eine komplette neue Trilogie. Und von daher sind für mich dadurch noch die Erwartungshaltung natürlich noch mehr gestiegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, wie gesagt, ich kann es nicht wirklich nachvollziehen. Es freut mich, wenn es so ist. Ich kann es nicht wirklich nachvollziehen, nachdem es immer wieder, nicht nur bei Star Wars, auch Probleme mit Regisseuren gab. Die Vorstellungen der Produzenten weichen von den Umsetzungsvorstellungen der Regisseure ab. Und auch da haben wir hier einige Beispiele und dass irgendjemand durch, ich sag mal, eine Arbeit, die noch niemals wirklich fertig war zu dem Zeitpunkt, wenn ich das richtig verstehe, sich so qualifiziert und so empfiehlt, für die nächsten 350 Jahre sämtliche Star Wars Folgen und die Figuren zu gestalten. Ist ein Vorschuss, kann man dem gerecht werden? Fragezeichen. Ja, das werden wir gleich in den nächsten zweieinhalb Stunden ungefähr erfahren, weil der Film ist ja der längste Star Wars Film aller Zeiten, mit zweieinhalb Stunden. Habe ich eigentlich richtig, ich habe es nicht gehört und nicht gelesen, aber dass dieser Film irgendetwas beendet gehört, dass da sich irgendwas rundet. Da weißt du mehr, wie ich. Nein, ich weiß es nicht. Weiß ich auch nicht. Vielleicht habe ich es auch nur geträumt, ich weiß es nicht. Die zweifelige Story über Lea, die müsst ihr irgendwo, vielleicht sogar schon in Episode 8. Ende finden, weil Episode 9 wird sie nicht mehr drehen können, oder? Ja. Ich finde es nicht verkehrt, dass wir Fragezeichen vor dem Film haben, wie das nach dem Film ist. Ob sich die Fragezeichen zu Ausrufezeichen geglättet haben, werden wir dann nachher feststellen. Aber das macht mir immer Freude, wenn ich vorher schon so eine Erwartungshaltung habe, Fragezeichen, und auch so ein bisschen die Atmosphäre vorspüre, weil ich glaube, man ahnt, dass das kein besinnlicher Film zur Weihnachtszeit wird, in dem leise Geigentöne über Minuten Dialoge untermalen. Die Trailer und die Poster und Banner, die sind natürlich schon sehr rötlich, also sehr weihnachtlich. Oder es ist sehr tödlich, eins von beiden. Vielleicht ist diesmal der Todesstern auch hochglänzend und hängt an einem Faden. Eine Disco-Kugel oder eine Weihnachtskugel, ja. Man weiß es nicht. Sehr schön, sehr schön. Ja, wir werden uns das jetzt anschauen, in OV und in 2D. Also Rogue One haben sie uns noch damals 3D gezeigt, jetzt zeigen sie uns auf einmal wieder 2D. Tja, schauen wir mal. Weißt du, wie die Tonqualität ist? Nö, meinst du nicht Atmos? Der Saal, in den wir rein dürfen, ist Atmos-tauglich. Da könnte man einiges erwarten. Ja, wir werden uns später wieder melden. Bis dann. Tschö. Als ich dich fand, sah ich Ruhe, ungezähnte Macht und darüber hinaus etwas wirklich Außergewöhnliches. In mir ist etwas, das schon immer da war. Und jetzt ist es erwacht. Und ich brauche Hilfe. Ich habe diese ungezähmte Macht nur einmal zuvor gesehen. Damals hat es mich nicht genug geängstigt. Doch jetzt zuhören. Lass die Vergangenheit sterben. Töte sie. Wenn es sein muss. Nur so kannst du werden, wozu du bestimmt bist. Wir sind der Funke, der das Feuer entfacht, das die Erste Ordnung vernichten wird. Komm schon! Der Weg ist ein anderer, als du ihn dir vorgestellt hast. Erfülle dein Schicksal. Ich brauche jemanden, der mir meinen Platz in all dem zeigt. Star Wars, die letzten Jedi. So, wir kommen direkt gerade aus der Vorstellung. Und müssen uns erst noch mal ein bisschen wirken lassen, oder? Es wirkt auf jeden Fall. Und eigentlich wie bei allen Star Wars Teilen, habe ich persönlich das Problem, dass ich erst mal gar nicht weiß, was ich sagen soll. So eine Mischung aus geplättet, weil es wird nicht gespart. Also man sieht, also wirklich... Gespart wird er definitiv nicht. Es ist kein besinnlicher Film. Auch an Special Effects war man nicht sparsam. Munitionsmäßig könnte es ein neuer Rekord werden. Ja, ja, stimmt. Es ist... Das Problem, das ich habe, ist, ich muss sozusagen, jetzt bin ich gesprochen als Vegetarier, über die Klasse eines Takes urteilen. Was ich damit sagen will, ist, bin jetzt nicht in dem Bereich die Fachkompetenz. Ich habe es gerade schon mal erwähnt. Jetzt versuche ich mich so ein bisschen in das Bedürfnis von Fans reinzudenken. Und ich habe das Gefühl, die bekommen was für ihr Geld. Also diese Aussage mache ich jetzt erst mal über die Quantität. Über die Qualität kann ich mich jetzt, ehrlich gesagt, noch gar nicht so richtig äußern. Ich finde halt, er ist überraschend anders. Also ich habe doch einige andere Twists erdacht, erhofft. Nein, nicht erhofft, nicht zwingend. Aber war schon über den Verlauf der Story an einigen Stellen doch sehr überrascht. Sie ist komplex. Und das ist schon mal sehr schön, dass man hier nicht nur mit Effekten, mit visuellen, optischen und allen anderen Dingen versucht, das Publikum bei Laune zu halten. Er hat eine komplexe, vielschichtige Handlung, die natürlich genregemäß und auch Star Wars gemäß auch einige Flachheiten hat. Aber darüber wird der Fan gerne hinwegsehen. Ich will die gar nicht alle aufzählen. Dann klingt es immer so, als wenn ich ein miese Peter bin. Aber ich bin ja der liebe Peter. Ja, ganz genau. Nee, sonst, eigentlich, wie du schon sagst, der Fan bekommt natürlich alles. Man hat wieder die Charaktere aus dem ersten Teil. Einige Charaktere sind schneller weg, als man denkt, ohne was viel zu sagen. Andere sind länger da, als man vielleicht vermutet hat. Auch das, das meinte ich halt mit überraschend. Die Charaktere entwickeln sich im Laufe dieses Films, ändern schon mal ihre Laufrichtung. Ganz spontan würde ich sagen, in diesem Film endet eine Ära und es wird aber eine neue in die Startblöcke gebracht. Kann man das so grob? Kann man sicherlich so sagen. Was man ja im Endeffekt ja auch von dieser Trilogie ein bisschen erwartet hat. Dass dort halt irgendwie dann dieser berühmte Fackelstab halt weitergereicht wird. Das ist ja jetzt nicht überraschend. Die werden ja auch älter, die Leute. Richtig. Alle Tore sind offen, alle oder viele neue Charaktere sind da. Jetzt wirklich spürbar am Beginn einer neuen Geschichte. Also so würde ich es umschreiben. Eine Frage an dich. Wie bist du mit dem Humor klargekommen? War der gut? Er wurde nachher weniger, zum Glück. Ich war am Anfang ein bisschen überrascht über doch sehr wieder typisch flachsige Geschichten. Ist jetzt auch nicht ungewöhnlich. War bei Episode 7 auch schon. War auch früher schon. Vielleicht jetzt ein bisschen mehr als sonst. Man kann sich darüber streiten, sicher ob die Momente des Humors an der richtigen Stelle waren. Also ich mag halt vor allem nicht den Supreme Leader Snoke, sondern der neben Kylo Ren, der Offizier, Hux, glaube ich. Hux, ne? Glaube ich auch, ja. Den finde ich halt immer super. Der spielt den, der Dom Hall Gleeson, der spielt den super. Und den sehe ich halt immer gerne. Alle Themen mit ihm haben so eine indirekte Komik auch alleine. Weil er halt so wie so ein SS-Soldat da rumbrüllt und schreit. Und ja, das hat was. Das hat natürlich auch für humoristische Momente gesorgt. Und ansonsten, diese Schreifiecher, die man auch aus dem Trailer gesehen hat, die waren ja noch dezent. Ich habe da schon mehr befürchtet. BB-8 fand ich wieder super in dem Film. Der hat wieder tolle Szenen, tolle Rollen. Immer wieder überraschende Szenen auch. Ja, C3PO gedämpft. Wenig Screen-Time. Genauso R2-D2. Den schicken sie so ein bisschen in Rente mittlerweile. Weil die runden Geräte natürlich ein bisschen flotter unterwegs sind. Da können sie schneller mal auch flüchten. Aber sie sind halt noch da. Der Fan freut sich, glaube ich, auch darüber, dass sie auftauchen. Aber es ist spürbar ein Generationswechsel. Und sie haben natürlich wieder neue putzige Tierchen, wie du gerade schon beschrieben hast. Merchandise. Das ist Merchandise auf jeden Fall, denen aber auch so eine humoreske Ebene eingeräumt wird. Die haben noch ein paar Lacher und die sind wirklich gut gemacht. Es gibt zwei, drei Gags, wo man sich, glaube ich, wenn man es zu ernst nehmen würde, bevor ich immer so ein bisschen warne, es ist doch eine Oper. Es ist doch ein Märchen. Es ist doch eine Sagen-Götter-Trilogie, wie man möchte. Manchmal wird es ein bisschen Slapstick-haft, finde ich. Da gibt es so zwei, drei Sachen, wo man sagt, jetzt haben sie den Cartoon-Koffer aufgemacht. Aber ich denke, in einem vollen Kino, wenn wirklich in allen Reihen in so einem Moment das Lachen losgeht, dann stört es einen auch nicht mehr. Wir waren ja jetzt so ein bisschen unterbesetzt in der Pressevorführung. Ich glaube, da entwickelt sich die Stimmung, die man sich vorstellt. Beim normalen Publikum. Ja, volles Kino. Ich glaube, den Effekt erleben wir leider nicht so sehr, weil die Reihen nur halb besetzt sind und die Leute versuchen, halbwegs ernst zu bleiben. Wir sind ja schließlich Kritiker. Nein, albern. Nein, auf jeden Fall, glaube ich, wenn die Hütte voll ist und dann kommt so ein Schenkelklopfer und alles schreit vor Freude auf, dann macht sich keiner den Kopf darüber, weil das jetzt ein bisschen zu Slapstick-mäßig. Genau. Also in der Summe, er hat die klassischen Elemente. Er hat ein paar überraschende Gäste. Auch ein Schauspieler, von dem ich gar nicht wusste, dass er mitspielt. Vielleicht ist es bekannt gewesen. Mir war es nicht bekannt. Das einzige Laura Dern, da wusste ich, dass die mitspielt, die auch eine interessante Rolle spielt. Und wo es dann halt auch so mal ein bisschen hin und her ging von der einen auf die andere Seite, wo man dachte, was ist denn jetzt los? So nach dem Motto. Also gerade diese Szene auf der Brücke, ohne jetzt dafür zu sagen. Eben, ich versuche mir auch gerade irgendwelche Spoiler zu sparen. Es gibt ein paar schöne Twists in der Handlung, ein paar schöne Twists bei den Charakteren. Die machen wirklich Spaß, die bereichern das auch. Weil ein Genre wie Star Wars könnte leicht in die Oberflächlichkeit abdriften. Er muss ja eine gewisse Oberflächlichkeit pflegen, weil wir wollen hier keine systemkritischen, gesellschaftskritischen Dialoge oder Monologe hören. Und wir müssen auch keine Handlungen bringen, die das, was bisher war, noch irgendwo, wie soll man sagen, überbieten. Man muss ein gewisses Level halten und das pflegen und nur sanft steigern, weil man natürlich immer ein bisschen mehr erwartet. Aber man hat ja auch eine Strecke vor sich. Aber ich fand ihn halt auch jetzt, wenn man gerade mal mit dem Vorgänger vergleicht, sogar, ich fand ihn stärker. Klar, wir kommen gerade aus dem Kino, ist man immer ein bisschen geprägt. Vielleicht sehe ich das in zwei Tagen anders. Aber in der Summe hat er mir besser gefallen und war nicht so extrem nostalgisch wie jetzt Episode 7, wo man natürlich noch mehr diese Nostalgie aufgewärmt hat. Das passt ja auch ins Konzept. Man wollte mit den letzten und der jetzigen Episode diesen Wechsel hinkriegen und die Türen für weitere und möglichst lange laufendes Franchise aufmachen. Also hat man so den Nostalgie-Faktor jetzt so langsam runtergedreht und die Gewichtigkeit der neuen Figuren immer ein bisschen mehr nach vorne gestellt, sofern sie nicht draufgehen oder verschüttet oder wie auch immer. Auf jeden Fall. Es wird aber auch nicht an Nostalgie gespart. Das muss man nur aussagen. Es sind ein paar Touchy-Szenen drin, wo wir eine Träne im Knopfloch haben und sagen... Generell die Optik. Weiterhin halt sehr analog geprägtes Design. Egal ob die Kostüme oder halt die, ich sag mal, Bedienelemente. Die sind jetzt nicht à la Star Trek 2011, sondern das ist halt wirklich eher noch, immer noch das Alte, so wie man es kennt. Ich glaube, das ist sowieso die größte Arbeit gewesen. Eine derart große Flut an Effekten, an CGI, in Kulissen zum Beispiel, die großen Landedecks, wo die Technik stattfindet und die Flugkörper einfliegen und ganze Truppen rumlaufen, die sind definitiv CGI, aber sie sehen nicht danach aus. Und das ist, glaube ich, die richtige Arbeit gewesen. Es gab ganz wenige Szenen, wo man so ein bisschen merkte, gerade am Ende hin gab es so ein, zwei Szenen, wo man merkte, der Charakter ist komplett in einem CGI, in einer CGI-Szene, ohne dass da irgendwie was Echtes noch ist. Aber das hat es so ganz, ganz wenig. Und ich glaube, wenn jetzt nicht gerade unser geschultes Auge drauf schaut, der normale Kinozuschauer wird es gar nicht so extrem realisieren. Und nee, genau, also rundherum gelungen. Es fängt ja schon mit der Laufschrift an, so wie Sie seit den 70er-Jahren kennen. Man hätte da alles möglich machen können. Aber das ist jetzt ein Spoiler. Nein, so offensichtlich nicht aufgepeppt worden. Man hätte mit ganz wenig Aufwand da ganz tolle Sachen machen können. Aber es bleibt, wie es ist. Die Melodie, die ersten Takte, die erste Gänsehaut, weil dieses Thema von Williams... Auch der schwenkt zu dem Planeten wieder mit dem Raumschiff. Mit der gleichen Akkordfolge. Es beginnt, also wenn man, glaube ich, die ersten anderthalb Minuten aller Episoden zusammenschneidet, wird man keinen zeitlichen Unterschied sehen. Nee, 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 das stimmt, ja. Und in der Summe, was würdest du sagen, wir haben vorher schon gesprochen drüber, Rian Johnson kriegt eine ganze Trilogie. Jetzt so nach Episode 8, kannst du dir, also ist verständlich, warum Disney sagt, jo, der Mann hat's drauf? Gewissermaßen ja, weil er eine Geschichte anreißt, oder Geschichten, das ist gar nicht so eindimensional. Und man merkt, er ist in der Materie drin. Er hat eine Vorstellung, hat eine Vision, wie das rüberkommen soll, das Erzählen, das Epische. Und das ist spürbar. Und das sollte aus einem Guss sein. Genauso wie die Optik des Films. Aber das ist das geringe Problem. Was ist denn ein technisches Problem? Da kann man gute Leute dran setzen. Aber die Vision, eine große Saga weiterzuerzählen, die ist hier spürbar. Und da sollte man die Köpfe, wenn es geht, nicht austauschen. Und so wie ich sehe, hat er bewiesen, dass er es kann. Ja, also da würde ich auch dir zustimmen. Ich kann es gut verstehen, warum sie ihm jetzt die ganze Trilogie überlassen. Wir können jetzt gespannt sein, wie JJ das Ganze zum Abschluss bringt. In, ich glaube, zwei Jahren. Aber er hat auf jeden Fall schon mal jetzt ein Brett vorgelegt, der liebe Rian. Also da wird JJ sich schon ein bisschen die Zähne ausbeißen, vermute ich mal. Das Rund wieder zum Abschluss zu bekommen. Und überhaupt ist ein Ende immer ein besonderer Teil, egal wobei es um Bücher oder um Theaterstücke oder Kinofilme geht. Da muss man wirklich was leisten. Da muss man den Fan befriedigen. Und das hoffe ich, wird gelingen. Und mein simpelster Indikator bei so einem Film und einer viel zu kurzen Nacht für mich ist, wie ich die, es waren über zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, empfunden habe. Nicht ermüdend. Ich habe keinen Augenflattern gehabt. Es gab so ein paar Sachen, wo man hätte sicherlich, wo die da auf einem bestimmten Planeten waren. Das hätte man ein bisschen kürzen können, ja. Aber es ist letztendlich nicht das Gefühl, dass man hier eine halbe Stunde zu lang drin war. Ja, das stimmt. Super, dann danke ich dir. Ich bedanke mich auch. Und ja, wir geben wieder zurück ins, wie nennt man es beim Radio? In die Funkanstalt? Wir geben zurück in die angeschlossenen Anstalten und wünschen allen, die sich diesen Film ansehen, natürlich viel Spaß bei Episode 8. Genau, bis dann. Ich begrüße jetzt recht herzlich Batz aka Oliver Lysiak. Hallo. Hi. Willkommen aus Berlin. Genau, ja, es ist oft so. Entweder die Leute kommen aus Köln, aus Berlin, aus Hamburg, von den Rocket Beans hatten wir häufiger schon welche hier. Also es ist scheinbar immer so diese Hauptstädte, wo es dann halt, haben wir gerade noch drüber im Vorgespräch gesprochen, wo es Kinos gibt. Ja, Kinos, PVs vor allem. Ja, genau, stimmt, ich habe neulich mal geguckt, eine Freundin ist jetzt nach Würzburg gezogen und die war dann auch ganz traurig, weil da ist auch nichts PV-mäßig, ich glaube, da ist Frankfurt wahrscheinlich das nächste oder München. Ja, genau. Und da fährt man auch ein paar Stunden für gewisse Filme. Ja, schön. Und wir haben beide die Ehre gehabt, heute Mittag, ich glaube auch, hattet ihr zwölf, zwölf Uhr oder? Ja, zwölf, dreißig. Bis die letzten bummelnden Kollegen dann mal im Saal saßen, war es dann zwölf Uhr fünfundvierzig, aber ja. Ja, okay. Ja, bei uns war es gar nicht so voll, also vielleicht drei Viertel, also in Köln geht das eigentlich noch. Dann gab es zwei Trailer vorab und dann fing auch schon der Film an. Trailer zeigt, ja, Black Panther. Und Infinity War, ne? Ja, genau. Die ich ja, weiß ich, ich weiß immer nicht, was ich davon halten soll von den beiden. Also Black Panther sieht eigentlich ganz okay aus, ist ja so ein kleinerer. Ja, finde ich, macht schon Spaß. Bei Infinity War, der wirkt noch so unrund. Ich habe echt das Gefühl, der ist noch nicht so, also ich gucke den an und denke immer so, ja, das ist jetzt Thanos, aber why should we care? Ja. Das ist halt so ein großer, schlecht gelaunter Mann, mit dem sie sich alle prügeln und der halt total auf irgendwie wie Schmuck steht. Auf billigen Mode Schmuck steht. Der auch aussieht wie billiger Mode Schmuck. Warum hat er die Farbe gewechselt, ne? Ja, seit ich das Bild gesehen habe, wo ihn jemand wie Homer Simpsons koloriert hat, habe ich sowieso nur noch, habe ich nur noch Thanos als Homer irgendwie im Kopf. Ja, das habe ich auch gesehen. Das sah echt klasse aus, ja. Ja, und dann fing der Film auch schon an. Wir hatten gerade auch in 2D, in Englisch OV natürlich, so wie sich das gehört. Und ja, erstmal hat am Anfang ja nicht viel geändert. Also es gab den klassischen Scroll, es gab A Long Time Ago. Also wir reden jetzt im Detail natürlich ein bisschen mehr drüber. Sprich, tut mir leid, wenn wir auch spoilern natürlich an der Stelle. Also wer das hört, der sollte den Film gesehen haben. Sonst hat er, glaube ich, an einigen Stellen mehr so viel Spaß. Es sterben alle. Das ist die große Überraschung. Am Ende sind alle tot. Und es endet mit, das war die allerletzte Folge. Es kommt garantiert kein weiterer Star Wars Film. Disney möchte kein Geld mehr machen. Deswegen haben sie gesagt, wir hören auf. Es war generell überraschend. Bei den Wendungen war ich an der einen oder anderen Stelle überrascht. Muss ich dazu sagen, wenn wir da gleich noch zu den Punkten kommen. Ich finde es ganz interessant, dass sie ja sehr viel mit Erwartungshaltungen spielen. Oftmals auch sich sehr bewusst sind, in welcher Zitate Landschaft sie sich befinden, die Zitate dann auch tatsächlich bringen. Um sie dann aber zu enttäuschen oder um quasi in eine andere Richtung abzubiegen. Also es ist ganz oft, dass du so eine Szene anfängst, wo du denkst, oh, das ist ein Wort-für-Wort-Zitat aus Return of the Jedi. Oder das ist ja eigentlich eins zu eins. Oder wenn der Vorspann kommt, also wenn wir jetzt gerade noch beim Titelscroll waren und der durchgelaufen ist und denkst, uh, das ist ja eigentlich schon genau das Setup für Empire Strikes Back. Also dieses, oh, irgendwie Empire is on the rise und trotzdem, trotzdem Kleinsieg ist die Rebellion, muss irgendwie kämpfen. Die haben sich auf einen Planeten zurückgezogen und jetzt kommt aber das Imperium und will die Rebellen irgendwie platt machen. Und du denkst, wow, das ist doch eigentlich so dieses, hey, wir müssen die Basis evakuieren, damit wir wegkommen. Das ist doch der Anfang von Empire. Und, aber sie machen dann doch ein bisschen was anderes, weil sie vertauschen zumindest so die Reihenfolge der Sachen, in der es abläuft. Denn der Anfangskampf von Empire gegen die AT-AT oder AT-AT oder wie auch immer man die Dinger nennt, ist nicht am Anfang, sondern kommt am Ende, lustigerweise. Ähm, dafür kommt aber eine Weltraumschlacht, die man ja eigentlich erwarten würde später, kommt dann auch schon früher. Genau, Poe Dermermans, äh, alleiniger Einsatz am Anfang, äh, gegen den Dreadnought, ne? Heißt das große, große Dreieck, äh, Schiff. Dreadlock. Okay, ja, Dreadlock. Ja. Dreadlock. Dreadlock. Weil da sind, glaube ich, nur Jamaikaner an Bord. Ach, das war der Decke. Ja, alles klar. Verstehe. Ähm, ja, also, ähm, das, ich fand auch so, das war so ein bisschen so, Überschrift wäre auch gewesen, die große Flucht, ne? Im Grunde während des ganzen Films flüchten die Rebellen, ne? Bis dann halt an, bis zum Endpunkt, wo sie dann nachher dann halt auf dem Allplaneten sind. Ja. Ja, aber auch der, das ist ja kein Endpunkt, das ist ja wirklich so ein Zwischenfilm. Also ich finde, der ganze Film ist ja, ähm, was Handlung angeht, super dünn. Das finde ich eigentlich ganz interessant, dass eigentlich auf der Handlungsebene sehr, sehr wenig Funktion passiert und dass das, was wirklich relevant ist für den Film, ähm, ausschließlich auf der Charakterentwicklungsebene stattfindet. Wenn man jetzt wirklich so sagt, ähm, was ist denn jetzt so, was, worum geht's denn jetzt, wo sind sie jetzt wirklich weitergekommen? Da kommen sie fast keinen Schritt weiter, ähm, sondern es ist halt, ja, die Rebellen fliehen halt und, äh, das, das, das böse, äh, Imperium, das neue Imperium versucht sie halt, ähm, ähm, einzuholen. Und, ähm, that's it und, ähm, wir kriegen halt eine Auflösung, was halt mit, 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 oder eine Charakterentwicklung zu Kylo Ren. Aber es ist jetzt nicht wirklich, dass man jetzt sagt, wow, da ist aber echt heftig, heftig was passiert. Das fand ich tatsächlich sehr interessant, wie wenig tatsächlich, äh, in dem ganzen Film passiert, obwohl kinetisch natürlich einiges los ist. Ja, vor allem der große Snoke, äh, hatte überraschend kurzen Einsatz, muss ich dazu sagen. Ich hab mich so weggeschmissen, ähm, äh, dass, das, äh, ich bin ja, ich bin ja, ähm, Leute, die ab und zu mal, ähm, bei, 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 bei Flips irgendwie reingucken, also unsere, unsere Newsendung, die war, die war einmal die Woche produzieren. Ähm, die wissen ja vielleicht, dass ich jetzt nicht der allergrößte Fan von diesen ganzen Fan-Theorien sind. Ja, ja. Bin, weil ich, weil ich, weil ich manchmal auch denke, dass ich auch so ein bisschen rumgewichse, ähm, gerade wenn die Leute es dann auch so richtig bierernst nehmen und dann, ja, aber aus dem Externet-Universe könnte nicht das noch sein und das noch sein und meh, meh, meh. Und, äh, seit zwei Jahren hobeln die Leute jetzt rum, aber ist Snoke nicht das? Und ich hab hier eine weitere Theorie und könnte er nicht das? Und ich analysiere den Trailer nochmal und dann hat man ganz genau sehen, dann ist und denkst du, ja, fuck it, Snoke ist irgendwie fünf Minuten im Scheißfilm. Genau, und wir wissen doch noch bis heute nicht, wer er war oder ist, oder? Oder hab ich das verpasst irgendwie? Ich war ein bisschen irritiert. Und, 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 nein, wir wissen es nicht und der Film sagt uns auch sehr deutlich, es ist nicht wahnsinnig interessant. Der Film ist eigentlich, der Film ist eigentlich zwei hochgereckte Mittelfinger an die, an die, an die Fan-Theorien, die das, die ihn jetzt zu einem so wahnsinnig wichtigen, ähm, 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 Wesen, äh, hochstilisiert haben, die jetzt wirklich gesagt haben, oh, als wenn jetzt quasi die ganze, die ganzen Filme nur an, was macht Snoke im Hintergrund dran hängt. Und der Film ist wirklich so, ja, fuck, der war das Mittel zum Zweck, der war das, derjenige, der, ähm, Kylo Ren motiviert, äh, er ist so eine Art McGuffin, aber er spielt jetzt selber keine wahnsinnig große Rolle. Und insofern ist er ja auch so ein Anti, Anti-Palpatine, ähm, ähm, zumindest wenn man ihn auf die, auf die Prequels sieht. Also, die Prequels, ähm, versuchen ja auch aus, aus Palpatine so einen, so einen interessanten, äh, äh, Willen über seine reine, ähm, Emperor-Funktion hinaus zu machen. Also, diese ganze politische Intrige und den ganzen Kram, den, der da versucht wird und sowas. Und eigentlich ist Palpatine nur gut, er ist der Boss von Vader, er ist böse und er versucht, Luke zu verführen. Das ist, das ist das, was wirklich interessant ist. Der ganze andere Schmonz vorher ist ja gar nicht interessant. Und letztlich, ähm, äh, ist er jetzt auch nicht, also, niemand interessiert sich für den Imperator, nachdem er in den Schacht gefallen ist. Und die Szene war ja schon sehr, sehr ähnlich zu der Szene, ne? Also, zu, von, ähm. Ja, das sind diese, genau, das meinte ich so, diese Echos. Du hast immer diese Echos in dem Film, ähm, die dann aber, ähm, anders aufgelöst werden. Oder, ähm, wo du hast, ah, okay, das ist jetzt so die Vader-Redemption-Szene aus, 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 äh, Jedi. Aber es ist eben nicht genau die Jedi-Redemption-Szene. Also, ähm, es wird ja sogar textlich drauf angespielt, wenn, wenn sie, wenn, äh, Rey im, äh, im, äh, im Lift neben ihm steht und ich spüre, da ist noch Gutes in dir. Ich spüre deinen Konflikt, bla, 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 bla. Das ist ja quasi, äh, Quote direkt aus Jedi. Ähm, und dann geht's halt doch in eine andere Richtung. Und das Schöne ist, Snoke ist auch von der Art, wie er gespielt wird. Er sieht übrigens viel besser aus als im, äh, im, im Vorgänger. Also, ich fand ihn ja wirklich ein CGI-Inferno im, also wirklich ein totaler Fail, so gerne ich, äh, Episode 7 mochte, aber er sah echt scheiße aus im, im, in, in 7. Und hier sieht er echt gut, also, so kann man, man nimmt ihm fast ab, dass er wirklich da ist. Richtig, ganz genau. Gut, in 7 hat man ihn, glaube ich, hat man ihn nur als Hologramm gesehen, oder? Ja, ne? Ja, und er sah schon sehr schön. Und war ja gespielt sogar von Andy Serkis, von unserem Gollum, ja. Genau, ja, im Abstand ist er drin gewesen, hab ich extra nochmal drauf geachtet. Ja, das war er. Und, ja, in der Szene, wie gesagt, im Grunde gleiches Ende, der Imperator wird gestürzt, nur, dass dann halt, äh, nicht Darth Vader kurz vorm Sterben ist und auf die gute Seite wieder rüber wechselt, sondern, dass Kylo Ren dann sagt, so, jetzt erst recht hier. Und, äh, auch da wieder, wie mit dem Sohn, hier komm, an meine Seite, er streckt die Hand aus, ne? Ähnlich wie damals Darth Vader zu Luke Skywalker. Genau, das ist, äh, er, er, er spielt quasi die Endszene von Jedi an, um dann aber auf die Endszene aus, äh, aus Empire zu gehen. Richtig, genau, das fand ich auch ein sehr schöner Kniff. Als Vater und Sohn, als Vater, als Vater und Sohn können wir die Galaxis beherrschen, bla, 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 genau. Und er kommt dann an. Und, und gleichzeitig, ähm, äh, ist der Film halt sehr gut darin, ähm, Mythen zu zerstören. Also, der wirkt ganz oft, finde ich, so, als wollte er den ganzen fanatischen Fanboys, ähm, irgendwie mal ein, 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 die, die abwatschen, ähm, in denen er irgendwie so sagt, ja, aber es ist muss, es ist nicht immer nur alles Vorbestimmung und es ist nicht immer alles nur, ja, du weißt, scheißegal, wer deine Eltern sind, Ray, es sind halt irgendwelche Assis, die dich irgendwie für ein paar, paar Euro verkauft haben. Du bist nicht vorbestimmt, du bist nicht irgendwie die Chosen One, äh, deine, dein, du, du hast eigentlich in dieser Story nix zu suchen. Und das war doch wieder so ein Tritt in die Eier von den ganzen, äh, Verschwörungstheoretikern, die gesagt haben, ach, das ist Lukes Tochter, das ist XY oder wie auch immer, ne? Ja, genau. Und letztlich zeigt sich da auch der Willen, die Skywalker-Sage halt endlich mal einen Deckel drauf zu machen. Also, das, 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 das ist so ein bisschen auch die Emanzipierung des Star Wars-Universums von der elendlangen Skywalker-Sage. Also, nichts gegen die Original-Trilogie, aber dieses, oh, wir brauchen drei Filme nur, um mal zu erzählen, wie aus Darth Vader Darth Vader geworden ist, äh, weißt du, die sagen jetzt, nee, wir machen jetzt mal Deckel drauf, wir sagen jetzt mal, nee, Ray ist nicht irgendwie die Tochter und sondern, das war halt irgendeine, so, äh, irgendeine, ne, ne, Mädel von einer, von einer, von einer Assi-Familie. Und die Eltern haben wahrscheinlich Drogen gebraucht und haben, haben sie halt irgendwie für ein, für ein Appel und ein Ei irgendwie verschärbelt. Genau, ja, richtig. Und sie wartete halt auf den Planeten. Oder, genau, da wäre gerade die Frage, weil ich da gerade dran denken muss, dass sie ja Strichliste geführt hat und, ähm, sagte, auf welchem Planeten sie lebt. Und Luke sagte, äh, ja, das ist wirklich am Arsch der Welt, so ungefähr. Ja, sehr schön. Du, du, du erwartest. Der, der teest dich immer an mit diesem ganzen, oh, welche Fan-Theorie wird jetzt wirklich sein? Gar keine. Weil Luke sagt, das ist wirklich, und sie so, Jakku. Und du denkst, er sagt, ah, Jakku, meine, 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 meine uneheliche Tochter habe ich noch auf Jakku versteckt. Oder irgendwie so, irgendwie sowas. Und dann sagt der Film, aber nee, fick dich. Ja, Jakku ist aber wirklich der Arsch der Welt. Das ist ja wirklich, da will man ja nicht tot überzauern. Das sagt, der, der auf der Entenung groß geworden ist. Da musste ich in dem Moment so denken. Aber, ja. Ja, okay, das stimmt. Das stimmt. Ja, mach du. Und es gibt, ähm, es gibt noch, wo wir gerade bei diesem Ent-Mythisieren waren, äh, meine Lieblingsszene, ähm, war tatsächlich auch der, 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 der Auftritt von Yoda, der, äh, im, im Film wieder auftritt. Ja, ganz sicher. Und ich glaube, er ist wieder eine Puppe, oder wenn nicht, ist das ein CGI? Frank, äh, Frank-Ouss, oder Ouss, äh, taucht am Ende im Abschwein wieder auf. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja, aber ich wusste halt nicht, ob er, ob er, ob er, ob er poppetiert oder ob er nur, also die Stimme war eindeutig, Frank-Ouss. Aber, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob er, ob er poppetiert, aber es sieht auf jeden Fall wieder aus wie Yoda. Er bewegt sich wie Yoda. Er hat, äh, denselben, dieselben, dieselben, äh, Marotten wie Yoda. Er ist nicht mehr dieser fucking CGI-Flummi, den ich, den ich wirklich gehasst habe, wo ich gedacht habe, das ist so unerträglich, mir den anzugucken. Sondern es ist fucking Yoda mit seinem komischen Sinn für Humor, seiner, äh, schwanken zwischen sehr pathetisch und sehr, sehr kindlich. Ja, absolut. Auch wie er dann mit dem Blitz die Buhle da, ähm, äh. Ja, und dann, dann gibt er, gibt Yoda himself quasi ein, ähm, ähm, ein Abgesang auf die ganze, auf die ganze Jedi-Mythologie. Und sagt nämlich, hört auf, euch immer am Alten festzuklammern. Hört auf, immer auf die, auf die heiligen Schriften zu verweisen. Äh, sondern er fackelt die scheiß heiligen Schriften ab, was man natürlich auch wieder als Botschaft an die Fanboys sehen kann. Dieses, aber hört auf, irgendwie jetzt endlich dem, 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 äh, Extended Universe und allem irgendwie hinterher zu heulen. Und, äh, euch da irgendwie, äh, das ist aber bla und das ist nicht Kanon und das ist dies und das ist das. Und also dem Kram, ähm, das ist da auch, finde ich, wieder so ein Mittelfinger an die sehr fanatischen und humorlosen Fans. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch im übertragenen Sinne eine durchaus politisch, äh, religionskritische Botschaft. Nämlich zu sagen, ähm, wenn er ihm sagt, guck mal, wie das hier und jetzt ist. Du musst ihm hier und jetzt mit deinen Problemen klarkriegen und, äh, gucken, was jetzt das Richtige ist. Und hör auf, irgendwelche heiligen Bücher zu verehren, die vor, äh, hunderten Jahren und die du vermutlich nicht mal selber gelesen hast. Bester Spruch von ihm ist irgendwie, äh, äh, read them you have. Äh, äh, thump pages, äh, thump, äh, ne. Ich bin beeindruckt, dass du überhaupt das noch, äh, zitieren jetzt kannst. Nachher einmal gucken. Äh, äh, page turners, they were not. So war's, genau. Irgendwie. Äh, äh, read them you have. Und dann fängt Luke an rumzustottern und sagt irgendwas von wegen, äh, äh, weiß nicht. Ja, ich hab mal irgendwie reingeguckt. Page turners, they were not. Also nach dem Motto, die sind, das ist ganz schön langweilige alte Scheiße. Du hast es nicht mal gelesen, ähm, gib's nochmal zu. Und trotzdem kommst du mir hier mit an, oh, das ist irgendwie die heiligen Schriften der Jedi, was natürlich auch viele Leute, die sehr religiös hinzutrifft, die wahrscheinlich nie den ganzen Scheiß wirklich mal irgendwie gelesen haben, aber trotzdem dafür morden und in den Krieg ziehen würden. Und das, finde ich, ist schon für Star Wars eine gute, äh, politisch aktuelle, äh, Aussage. Ja, das sehe ich auch so. Ähm, apropos aggressiv, ähm, ich hab ja auch gedacht, wie Leia, ähm, da springen wir mal wieder noch ein bisschen weiter an den Anfang, wo sie in den Weltraum treibt, okay, so machen sie's also. Also nach dem Motto, aha, jetzt wissen wir, wie sie Leia aus dem Film rausgeschreiben. Und dann kam sie überraschend wieder, ne? Das war schon auch wieder so ein typisches Erwartungshaltungsding. Ja, Bait and Switch, so dieses, ah, so wird es ablaufen. Und dann denkst du, what? Ah, okay, nee, doch nicht. Und dann ist sie ja wirklich das Film und sie überlebt im Film. Also das ist so, alle glauben irgendwie, ah, okay, sie werden sie jetzt irgendwie noch zum Ende des Films irgendwie wie rausschreiben, umbringen, werden ihren Heldenabgang gegen, stattdessen kriegt Luke den Heldenabgang. Und Leia bleibt im Film und ich vermute, sie wird jetzt ein Opfertod für die Endschlacht sterben. Also sie wird jetzt wahrscheinlich am Anfang vom nächsten Film irgendeinen heroischen Tod oder so ein, was weiß ich, es wird einen Anschlag geben und dabei kommt dann auch General Leia ums Leben. Was dann quasi die Motivation ist, für die Rebellen nochmal eine Schippe draufzulegen und in die Endschlacht zu ziehen, würde ich mir jetzt vorstellen, weil sie haben sie ja jetzt, sie müssen sie, irgendwas müssen sie machen. Sie können sie nicht sagen, ja, und Leia ist gerade auf Besuch bei ihrer Tante. Nee, das nicht, ich vermute aber, dass wir vielleicht jetzt auch einen etwas größeren Zeitsprung mal haben, werden vielleicht von fünf bis zehn Jahre. Und in der Zeit kann ja auch Leia so verstorben sein, dass man das halt so irgendwie löst. Stimmt. Möglich, anstatt zu Leia. Ja, das ist natürlich das, aber, also, wenn sie jetzt nicht einen direkten Anschluss machen, ich war jetzt natürlich davon aus, dass sie fast wieder so nahlos oder höchstens ein halbes Jahr später anfangen. Dann wird ja dann gezeigt, so, das Wort wird weitergegeben, die Kinder, also, für mich, jetzt muss ja erst wieder diese Rebellion langsam anwachsen. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass wir erst wieder dort in Episode 9 reinstoßen, so, ich sag mal so, in vielleicht fünf Jahren, bis die wieder ein bisschen was aufgebaut haben, Leute gesammelt haben. Genauso, dann könnte man halt Kylo Ren deutlich gestärkter als neun, großen, starken, ich weiß nicht, wie er sich nennen wird, Supreme Leader oder Imperator zeigen. Wenn man jetzt direkt anschließt, weiß ich nicht, dann wäre das wieder an der Stelle nur wieder so ein Katz-und-Maus-Spiel. Ich vermute eher, dass man jetzt ein bisschen ... Supreme Leader Solo. Oder Supreme Leader Ben, um das Ganze mal so ein bisschen volksnäher zu machen. Ja, aber warum sollte er wieder auf seinen alten Namen gehen? Ja, auch wieder richtig. Als Esfels, ne, macht ja eigentlich auch keinen Sinn. Und auch in dem Film, ich hab auch irgendwie immer mal gehört, ja, vielleicht führen sie jetzt irgendwie die grauen Jedis ein, die mal so mal, oder ne, so eine Zwischenlösung, haben sie ja auch nicht gemacht im Endeffekt. Oder diese Szene da in diesem, was war das, nicht Spiegel? Also diese Spiegelszene. Ach so, ja, die Rey entdeckt die dunkle Seite, aber dann doch nicht. Die völlig, die war ja letztlich so auch wieder ein Echo, der Dagobah geht in die Höhle-Szene. Aber auch wieder ein Switch, wie, ja, es passiert gar nichts. Es war, sie hätte auch mal kurz auf Klo gehen können, wäre jetzt ähnlich ... Da war ich ja auch überrascht, dass da irgendwie so gar nichts bei rauskam in dem Moment. Die Szene hätte man sich auch komplett schenken können im Endeffekt. Aber das hab ich, um jetzt auch mal Kritik ... Also ich will auch jetzt nicht, dass es falsch ankommt. Also ich bin, ich mochte den Film grundsätzlich. Aber es gab auch eine ganze Menge Sachen, wo ich gedacht hab, wow, das ist schon erzählerisch, dramaturgisch sehr holperig. Oder das ist so Sachen, wo ich denke, das ist so viel ... Ich fand, der Film hatte viel Wassertreten. Weil wenn man es genau nimmt, was ist das, was wirklich wichtig ist im Film? Das ist Rey, das ist Kylo Ren und das ist Lukes Story. Das ist das, was wirklich richtig substanziell wichtig ist. Und dann hatte ich das Gefühl, dass sie so überlegt haben, ja, aber wir wollen ja Poe und wir wollen ja ... Ja, der war auch okay, den fand ich gar nicht so schlimm. Und diese Casino-Szene. Ja, der komplette Ausflug von Rose und Finn ist völlig unnütz. In allem, also ja, so nett auch der Beneath-You-Del-Toro als der Master-Dingsbums-Hacker da ist. Es ist für die Story, könntest du alles komplett rausnehmen. Also du könntest diese ganze Secret-Plot-Nummer da, die sie machen wollen, um da an diesen Hacker ranzukommen, das könntest du eins zu eins aus dem Film rausnehmen, hättest weniger Probleme, weil du nicht Poe finden und erst mal raus auf das andere Schiff bringen musst und dann wieder zurückbringen musst, damit sie doch wieder zur Rebellenbasis kommen. Und es bringt nichts. Es bringt den Plot überhaupt nicht voran. Und es bringt auch die Charaktere. Also okay, Poe hat ja so diesen Arc von wegen, lerne nicht so impulsiv zu sein. Lerne deine Macho-Arschloch-Instinkte im Zaum zu halten. Hör auch mal darauf, was die vernünftigen Frauen sagen. Ähm, und denk mal ein bisschen nach, bevor du with Blazing Guns in den Raum reinrennst. Also das ist ja so sein Arc, den er jetzt am Schluss dann auch abgeschlossen hat, wenn er dann sagt, lass uns, das bringt jetzt hier nichts, lass uns den Angriff abbrechen. Wir sind jetzt mal irgendwie vernünftig. Das ist okay. Aber Finn hat eigentlich, das ist so, man wirkt so ein bisschen wie, wir schicken ihn so ein bisschen in der Gegend rum, damit er was zu tun hat und keiner merkt, dass er eigentlich für die Story völlig überflüssig ist. Und dann geben sie ihm noch nicht mal den Heldentod am Ende. Da hab ich ja wirklich mit gerechnet in dem Moment. Nee. Ja, wenn ich gedacht, wenn er jetzt wenigstens diesen Heldentod noch gehabt hätte, also jetzt nicht, dass ich ihn so ätzend finde, und ich mag ja auch John Bojega, dass ich ihn jetzt hätte sterben sehen wollen, aber dann hätte ich das Gefühl gehabt, dann wäre wenigstens irgendwas passiert. Oder wenn Rose irgendwie den Heldentod gestorben wäre. Also so hab ich wirklich das Gefühl gehabt, die waren nur im, also eigentlich haben sie die so übernommen aus dem letzten Film und dann waren die Drehbuchautoren so, oh, was machen wir jetzt? Wir haben doch, eigentlich interessiert uns doch total die Geschichte mit Luke und wie er wieder quasi rumkommen muss und dass er sich dann entscheidet, sie zu trainieren und dass er überhaupt wieder mit der Macht in Einklang kommt. Das ist das, was spannend ist, das ist das Fleisch der Story, das ist das, wo sie auch Spaß hatten. Und die ganzen starken Szenen des Films sind ja eigentlich fast alles Dialogszenen. Die waren ja auch, die waren ja verdammt lang auf der Insel. Ich hab auch gedacht, okay, wann kommen die denn da mal von der Insel runter? Ja, aber trotzdem, ich fand's, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand die Szenen, ich hab's immer gerne gesehen, wenn quasi diese Szenen zwischen Ray und Luke waren. Das hat mich überhaupt nicht gestört, weil ich hatte das Gefühl gehabt, da wird halt in Charakterbau investiert. Während ich bei Rose und Finn immer dachte, das ist so, wow, meanwhile, back up and nobody cares. Ja, so ein bisschen, ja, leider. Und auch da hilft auch kein Benicio Del Toro, der nicht überraschend, also ich wusste es nicht, dass der mitspielt. War dir das vorher bewusst? Also, ja, okay, ich. Ich wusste es ja, ja, wir hatten irgendwie Meldung auch, dass er den, ich wusste auch, dass er den Meisterhacker oder irgendwie sowas spielt. Ah, okay, nee, das ist mir komplett an mir vorbeigegangen. Ich dachte irgendwie, vielleicht treffen sie auf Lando oder so, auf Lando Carician oder so. Aber er ist doch der Lando, er ist doch der Lando. Ja, naja, Boba Fett ist nur Gun for Hire. Er ist ja so ein bisschen sympathisch und ein bisschen Dingsbums und er ist ja auch nicht böse, sondern er ist nur wahnsinnig opportunistisch. Also er wäre auf ihrer Seite und er meint es auch ehrlich, er hilft ihnen, solange er denkt, dass das irgendwie was bringt. Aber in dem Moment, wo er quasi, also er ist so ein bisschen, er erlebt das, was Han Solo nur auf dem Papier getan hat. Ich halte für niemanden meinen Kopf hin. Ja, und er sagte ja auch, ob du heute oder morgen stirbst, ist jetzt auch egal im Endeffekt. Ja, und okay, man kann Crossover machen. Er ist doch auch der Kollektor, ne? Also das ist doch so eine ähnliche Rolle. Ja, aber ich fand, er hat einen Moment, den ich nicht hätte missen wollen. Aber ich weiß nicht, ob seine ganze Rolle deswegen dadurch gerechtfertigt. Und das ist die so, das ist das, was sie in Rogue One ja eigentlich schon eingeführt haben. Dieses Hinterfragen oder beziehungsweise die Rebellen auch ein bisschen grau schattiert zu zeigen, indem sie halt sagen, ja, es gibt halt keine absolute saubere Moral, wenn man im Krieg ist. Und beide Seiten machen sich dreckig und beide Seiten handeln auch moralisch mal nicht einwandfrei. Und bei Rogue One hat man das ja schon gesehen, dass auch die Rebellen nicht immer so ganz glänzend dargestellt wurden. Und hier hast du halt, wenn er dann sagt, ach, guck mal, das ist so ein böser Waffenhänder. Und man denkt, ja, ein böser Waffenhänder, guck mal, der hat das Empere mit Waffen versorgt. Und dann, ja, aber er hat auch die Rebellen. Weil Waffenhändler haben keine Moral. Und sowas mal mit reinzuschmeißen, die Leute, die auf diesem wahnsinnig reichen Planeten, Casino-Planeten leben, profitieren letztlich davon, dass Krieg ist. Und denen ist es auch scheißegal, wer gewinnt, solange es weiterhin Krieg gibt. Das, finde ich, ist wie halt so dieser Religionsspruch, so ein nettes Ding, was der Film sich leistet. Wo ich jetzt nicht sagen will, der ist wahnsinnig megakritisch. Aber man muss halt sagen, es ist der fucking größte, mainstreamigste Blockbuster des Jahres. Und da überhaupt ein bisschen was Kritisches reinzuschmeißen, finde ich, ist schon ganz okay. Ja, da war Wayne Johnson auf jeden Fall mutig. Und Disney hat es diesmal auch durchgehen lassen. Sie hätten ja auch, ähnlich wie vielleicht bei anderen Regisseuren, auch irgendwie die Notleine ziehen können oder so. Aber die scheinen ja sehr viel Vertrauen in ihn zu haben. Sonst würden sie ihm jetzt nicht eine komplette Trilogie noch mit beschenken oder ihn verantworten darauf. Ja, was natürlich blöd ist, dass sie das jetzt so vorher schon rausgehauen haben. Ich hätte das wenigstens bis zum, bis nach dem Start zurückgehalten. Also daher verstehe ich auch nicht, dass Kathleen Kennedy da jetzt munter drauf losgequatscht hat und gemeint, ja, wir wollen ja mit Poe und Ray und Finn auch noch irgendwie drei andere Filme oder weitere Filme drehen. Und übrigens Rian Johnson, wo ich denke mal, ey, kannst du mal einfach die Fresse halten? Weil wie sollen wir denn noch eine Sekunde glauben, dass ihr vielleicht Finn um die Ecke bringt, wenn ich jetzt schon weiß, dass der aber fest eingeplant ist für die nächsten Filme. Ich habe sogar kurz mal zwischendurch gedacht bei einigen Szenen, dass sie sogar Ray hops gehen lassen. Ja, es wird sehr nett angeteast. Und sie spielen auch mit dem Ambivalenten von Ray, dass man ja auch tatsächlich, wir kennen sie ja noch nicht so gut. Und wir halten es tatsächlich, also mir ging es zumindest so, nicht für völlig ausgeschlossen, dass sie zumindest temporär auf die dunkle Seite wechseln könnte. Ja, auf jeden Fall. Das fand ich tatsächlich auch ganz, also das ist so dieses, der Film spielt halt viel mit Erwartungshaltung. Und das mag ich echt gerne. Und die ganze Szene im Thronraum von Snoke ist, was Action angeht, was die Dialoge angeht, was die Dramaturgie angeht, finde ich sie sehr stark. Auch wenn ich mich gefragt habe, warum zwei Ausgewachsene, nein, nicht Ausgewachsene, aber sag ich mal sehr fähige Jedi oder Sith mit so ein paar blöden Wachen so lange zu tun haben, wo du denkst, normalerweise ist das das Kanonenfutter, was mal eben, wenn man im Vorbeigehen erschossen wird. Und ihr habt jetzt fast tödliche Kämpfe, jeder von euch beiden, der ja eigentlich Force-Power und Force-Push und Hasse nicht gesehen hat. Und man sieht ja auch, wie stark Kylo eigentlich ist. Das hat man im letzten Film ja schon gesehen, was er eigentlich mit Force-Push und so machen kann. Und der lässt sich da quasi von einer von diesen Kung-Fu-Wachen da fast ablaschen. Da haben sie, glaube ich, auch ein bisschen so mit den Erwartungshaltungen gespielt, weil es war ja auch schon immer so die Vermutung, weil diese Wachen auch damals standen immer nur so rum. Aber wenn sie die Wächter sind quasi von jetzt Snoke oder früher vom Imperator, dann müssen die ja was drauf haben. Weil warum sollte sonst ein Snoke oder ein Imperator überhaupt Wachen haben? Ja, okay. Das ist natürlich durchaus ein valides Argument. Aber wenn man sieht, wie die die sonst halt durch so gesichtslose Statisten durchmähen, denkst du schon, wow, die sechs Leute halten euch jetzt aber ganz schön lange auf Trapp. Aber es hatten sich halt auch mal ein bisschen Jedi-Kampf in dem Film unterzubringen. Weil wir haben ja nicht so viele Jedis, wo es viele Kämpfe geben kann oder gibt. Also selbst der Luke-Kampf am Ende gegen Kylo war ja jetzt auch nicht so lang und so extrem, logischerweise. Der war ja nicht mal wirklich ein Kampf. Ja, und das Ende war auch so ein bisschen, also ich hatte, also eh musste ich mal irgendwann aufs Klo, weil der Film ja auch sehr lang ist, ich glaube zweieinhalb Stunden. Ja, ich war echt auch am Kämpfen, auf Toilette zu gehen. Ja, geht echt, geht auch echt. Also ich habe zum Schluss so gedacht, oh, so ein halbes Stündchen weniger hätte dem Ganzen vielleicht auch gut getan. Und ich weiß auch nicht, ob es, ob man, sag ich mal, Luke's Redemption und wieder rück, letztlich geht es ja nur, wird Luke zurückkehren und das hätte man, finde ich, auch ein bisschen schneller machen können. Ich glaube, dass das Ende wäre gut gewesen, wenn man das Schicksal von Rey nicht geklärt hätte, wenn man einfach, Rey ist geflohen, sie setzt sich ab von dem, von dem, kurz vor der Explosion. Nun, Luke kommt nochmal und ermöglicht der Flotte irgendwie die Flucht und dass man so ein bisschen so ein desolateres Ende hat und dass man jetzt nicht nochmal, und jetzt gehen wir nochmal auf den Planeten und dann sind wir nicht nur auf dem Planeten, dann ist da noch eine neue große Kanone und dann müssen wir noch irgendwie das und das machen und dann müssen wir das und das machen und dann kommt Luke und dann müssen wir aber noch fliehen. Und ich habe gedacht, oh, das ist ja, das Ding hat mehr Enden als fucking Return of the King. Ja, ja, stimmt. Da wurde auch immer schwarz. Oh, es geht weiter. Sag mir mal, wie kann denn ein, ich nenne es nicht Hologramm, wie kann denn Luke, der nicht wirklich da ist, Leia diese Würfel geben? Das ist anscheinend eine völlig neue Force-Projektions-Power, weil er kann ja auch ein Laserschwert so materialisieren, dass es Widerstand gibt. Weil die haben ja nicht nur gewedelt, sondern die haben ja auch mal die Klingen aufeinander krachen lassen. Das heißt, also Luke hat, aber gerade deswegen fand ich diesen ganzen, diese ganze, also es wäre, wenn der Film dann geendet wäre mit See you around, Kiddo, wäre es vielleicht auch noch weniger frustrierend gewesen, aber also entweder, finde ich, hätten sie ihn da wirklich sein lassen sollen und dann hätte er da auch sterben können, indem er quasi den Obi-Wan macht. Habe ich erst kurz gedacht, wie er dann das Lichtschwert weggesteckt hat. Ja, und dieses, if you strike me down, I will become more powerful than you could ever imagine, sagt er ja, glaube ich, auch fast so eins zu eins wie Obi-Wan. Ja. Und dann, das, finde ich, hätten sie machen sollen. Oder sie hätten ihn wirklich, das war reine Projektion und er ist halt weiterhin da und ist im nächsten Film noch da. Aber ihn erst quasi sagen, hihi, edgy-bedgy, ich war ja nur ein Hologramm und ihn dann aber auf dem, auf Ach-Toda irgendwie sterben lassen. Das war so ein, ja, warum kann er denn jetzt nicht da, also warum? Ja, es wirkte halt so unspektakulär auch dieser Tod, dieses, oh, ich habe jetzt mich projiziert und jetzt habe ich noch einen Spruch gemacht und jetzt bin ich auch müde. Jetzt gehe ich Richtung Sonne, ja. Ja, er hatte ja auch noch nicht das biblische Alter, was jetzt Yoda hatte, wo man auch denkt, ja gut, der war jetzt über 900 Jahre, wirst aussehen, du nicht gut und sterben, jetzt schlafen, bla bla bla. Also da hat man es ja verstanden, dass er einfach gesagt hat, mein Zeitpunkt ist willkommen, ich falle zusammen. Aber bei Luke denkst du, komm, der ist, der ist so alt, wie Mark Hamill jetzt halt ist. Also das Ende fand ich echt so zu lang gezogen und ja, einfach eine schlechte Drama. Es war immer so eine Dramaturgie, als wenn dir so ein aufgeregter Siebenjähriger eine Story erzählt. Und dann sind sie da hingegangen. Und dann sind sie da hingegangen. Und dann waren sie auch noch auf dem Planeten. Und dann gab es auch noch ein Laserding. Und dann musste Rey noch diese ganzen Steine aus dem Weg rauchen. Und dann waren da noch andere Kinder auf dem Planeten und auf einem anderen Planeten. Und die hat er total inspiriert. Und dann hat er den Besen genommen. Und dann denkst du, ja, aber jetzt kann das nochmal zum Ende kommen. Also dieses, das war so ein bisschen, als wann Rian Johnson wie so ein Kind in einem Star-Wars-Laden gesagt hat, Aber das wäre doch auch noch eine geile Idee. Und als wenn da keiner war, der ihm gesagt hat, jetzt mach doch mal einen Punkt. Ist doch eine schöne Geschichte und du hast doch echt viele gute Momente in dem Film. Mach doch jetzt einfach mal einen Punkt und lass doch das andere vielleicht für andere Filme. Vielleicht machst du ja nochmal einen zweiten Film. Musst doch jetzt nicht alles da reinpacken. Ja, aber ich war überrascht, dass Rey plötzlich auf dem Falken war. Also das haben sie ja überhaupt nicht gezeigt. Das war komplett off. Ja, das kam total aus dem, wo du denkst, hä, wo war denn der? Ich wusste nicht mal, wo habe ich denn den Falken, habe ich doch auf Achtur zuletzt gesehen. Ja, genau. Also ich habe auch irgendwie gedacht, ich hätte irgendwas verpasst. Zischt sie mit dem Falken ab oder womit zischt sie weg? Ja, muss sie ja dann wohl, ne? Ja, okay, aber dann hat sie das jetzt erklären. Und was hat sie gedacht? Wie war ihre Verabredung dann mit Chewie? Ich halte den Daumen raus und dann holst du mich ab? Oder weil sie flieht ja von dem Hauptschiff, von Snokes Schiff, flieht sie ja anscheinend mit einer Rettungskapsel oder irgendwie sowas. Oder mit dem Privatjet von Kylo oder irgendwas wurde ja gesagt. Ich habe es nicht ganz genau im Kopf. Ja, genau. Aber das meine ich halt, man sieht nichts davon. Nicht mal eine kurze Zehn-Sekunden-Szene, wo sie irgendwie aufgenommen wird oder so. Und dadurch ist das halt schon dann sehr komisch gewesen in dem Moment, wo man sie plötzlich an der Bordkanone gesehen hat. Ja, das wirkte sehr, also das wirkte so, als da fehlt zumindest ein kurzer Einschub. Und wenn sie nur kurz sagen würde, wir treffen uns am Treffpunkt wieder, bevor sie abfliegt. Weißt du, sie machen ja diesen Drop-Off und da hätte man ja auch von mir aus gedubbt einen Satz rüber machen können, in so und so viel Zeit am vereinbunden Treffpunkt oder irgendwas, wo klar ist, ah, die werden sie auch wieder aufnehmen, nachdem sie sie da ja kurz rausschmeißen. Genau, genau. Ansonsten, der Planet war richtig schick, also mit dem Salz und mit diesem Rot, das hatte schon richtig Spaß. Wobei, die eine Szene habe ich ein bisschen gestöhnt, als irgendwie sie dann, bereitet euch vor zum Kämpfen, ab an die Dings und der eine Typ wischt so über dem Boden und sagt, das ist Salz. Er hätte sich auch in die Kamera drehen können und das ist überhaupt nicht wie hot. Das ist ein Salzplanet, das ist kein Schneeplanet. Deswegen ist das was völlig anderes als in Empire und du denkst, es wäre jetzt auch mir scheißegal gewesen, ob es jetzt ein Schneeplanet gewesen wäre. I don't care. Ich meine, mach doch einen zweiten Schneeplaneten. Aber nein, es war ein Salzplanet und das war so plump gelöst, wo ich gedacht habe, du musst doch jetzt auch... Nee, nee, optisch schön, optisch auf jeden Fall. Also, das war echt schön, aber es war halt so, eigentlich ist dieser ganze, dieses ganze Manöver, was sie da fliegen, halt für die Katz. Und eigentlich ist der ganze, ja, also alles, was Finn und Rose machen, ist auch wieder völlig von Arsch und unwichtig. Ja, und da kam ja dann auch Laura Dern mal zum Einsatz. Mhm. Das, gerade diese Storyline mit Laura Dern oder halt auch mit Poe, da fand ich am meisten dieses Getwiste, weil du nie sicher warst, äh, gerade am Ende, dann, dann stürmen sie die Brücke, haben die Brücke eingenommen, du denkst, die machen das Richtige, dann kommt Leia rein und schießt ihn weg. Also, das war irgendwie total irre. Das fand ich ja ganz gut, also, weil ich, sag mal so, ich hätte es ein bisschen enttäuschend gefunden, wenn die Moral der Geschichte gewesen wäre, ähm, ja, die naiven Frauen wollen sich ja irgendwie zurücksetzen, wollen ja irgendwie sich, äh, äh, fliehen und das ist klar und irgendwie, aber die mutigen Männer haben ja erkannt, dass sie ja in Wirklichkeit quasi eine feige Verräterin ist und jetzt sagen die Männer ihr mal irgendwie, wie das irgendwie gemacht werden soll. Und deswegen fand ich dieses Umdrehen, dieses, ja, er ist mal wieder irgendwie ein bisschen übereifrig, übers Ziel hinausgeschossen und eigentlich hat er nur Leben riskiert und eigentlich bringt, eigentlich ist das alles vor den Arsch, was er da gemacht hat. Das fand ich in einer Quintessenz schon okay, wenn man jetzt nicht 40 Minuten Film damit einfach, äh, unnötig ausgelöst hätte. Ja. Also, wenn man jetzt, wenn es nicht so wahnsinnig viel Zeit gekommen wäre, hätte man diesen Punkt nicht ein bisschen kürzer machen können. Ja, und auch hier hätte man ja die Chance haben können, statt Laura Dern einfach Leia als, äh, letzte Frau auf dem Schiff da zu lassen und den Heldentod sterben zu können. Ich hab mich auch tatsächlich gefragt, ist das beabsichtigt, dass sie jetzt, äh, also war das vielleicht, dass sie, das war das so ein Hilfsding, dass sie die Szenen mit Leia nicht hatten und dass Leia eigentlich den Heldentod sterben und das, war das jetzt so eine, so eine, so eine Cutting Room, Cutting Room Floor Choice oder sollte Laura Dern immer in dem Maße im Film, diese Rolle spielen? Oder war das eigentlich was, was sie noch, äh, für Leia geplant haben, aber dann hatten sie das Material jetzt nicht? Glaub ich nicht, weil, äh, es war ja voll, was ich immer gehört hab im Vorfeld, bevor sie auch gestorben ist, oder gerade wie sie gestorben ist, dass sie eigentlich eine große Rolle auch in Episode 9 noch spielen sollte. Also generell wohl auch, ja, eine wichtige Rolle haben soll und das ging ja dann nicht mehr. Also warum sollte man sie dann in Acht schon sterben lassen, ne? Ja, aber ich hab gedacht, also, damit sie diesen, also vielleicht war dieser Ark quasi schon, mit ihr geschrieben, aber es war noch nicht alles fertig gedreht mit ihr, also waren vielleicht die ganzen Szenen, wie sie jetzt den, wie sie jetzt zurückbleibt, ähm, statt, weil ich hatte was, ich hatte bei ein paar Szenen das Gefühl, dass sie komposited haben, als sie sich nämlich verabschiedet, ähm, als sich, äh, als Laura Dern dann zu dem, zu dem Flucht, äh, Dingsbums kommt und Leia da quasi sich von ihr verabschiedet, da hab ich gedacht, das sieht komposited aus, das sieht aus, als hätten sie Leia aus einem anderen Hintergrund genommen und in die Szene reingestanzt. Mag ich mich täuschen, vielleicht war's auch generell einfach nur, meh, Greenscreen kommt ja auch ab und zu mal vor. Ja. Aber, äh, ich hatte tatsächlich da überlegt, ob das, ob das so, so ist, dass sie, dass sie eigentlich so hätten, dass Leia zurückbleibt und sie hatten's aber nicht. Ähm, und das wäre zu aufwendig gewesen und vielleicht haben sie ... Ich, ich werd mal im Detail drauf achten, für, also spätestens wahrscheinlich bei der Blu-ray bei Making-of, wissen wir vielleicht mehr. Ähm, ich werd aber auch nochmal drauf achten, ähm, aber ich glaube eher, weißt du, wo sie wahrscheinlich auch viele Szenen, die noch nicht fertig gedreht waren, wie sie sich das gespart haben? Ich vermute, dass diese Weltraumszene vom Anfang, ähm, ich glaub, da war auch ein bisschen CGI mit drin, ich glaub, dass sie da diese Szene gar nicht so gedreht waren. Ja. Und dass sie dadurch natürlich erstmal drei Viertel des Films rausgenommen worden ist, ne, wo man hätte sonst vielleicht noch Szenen mit ihr hätte drehen müssen. Oder gebraucht hätte. Und das war natürlich ein ganz, äh, guter Kniff, sie dann, in Anführungsstrichen, dann einfach dort erstmal außer Gefecht zu setzen, ne. Deswegen hab ich mich gefragt, war, ist vielleicht Laura Dern erst relativ spät in den Film gekommen und haben dann gesagt, wir geben jetzt einen Haufen Szenen, die eigentlich noch Leia-Szenen gewesen wären, alle an Laura Dern. Hm, das könnte ich mir schon vorstellen. Das weiß ich leider auch nicht, ähm, ob Laura Dern vorhin war. Wo ja schon dafür festgelegt eigentlich war oder nicht. Aber sie hätte auch die Rolle auch, ich hätte sie gern sogar weitergesehen. Das fand ich eigentlich sogar fast schade. Ja, das hab ich auch gedacht. Also ich find's ja auch gut oder sowas, aber du hast natürlich recht im Sinne von, dass die schon eine sehr ähnliche Funktion im Film einfach haben. Also beide Senior-Generalinnen, die halt wichtig sind. Ähm, und das sind alles, äh, wo man denkt, okay, sie hat dieselbe erzählerische Funktion, aber sie haben zumindest auch eine Funktion. Im Gegensatz zu anderen Figuren, wo du dich halt fragst, was machen die überhaupt im Film? Also, ähm, Captain Phasma hat das auch, finde ich, wir hatten jetzt, wir hatten in den letzten Wochen zwei verschiedene News. Und eine News war halt, ähm, Ryan Johnson, ähm, hat halt irgendwie, äh, am Ende von, von Force Awakens gesagt, nein, Rey muss unbedingt R2-D2 mit nach Achtou nehmen, ähm, weil das ist total wichtig. Ähm, äh, und fast hätten sie das falsch gemacht, weil sie hätte nämlich in einer, äh, in einer gefilmten Version hatten sie nämlich erst, ähm, 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 BB-8 irgendwie dabei, aber es muss R2-D2 sein. Und ich dachte, ja, okay, damit der Luke jetzt einmal B-B-B-B-B-B-B sagt und dann von dem Rest des Films nie wieder zu sehen ist, das war jetzt so. Nein, das war wichtig, damit man nochmal die junge Leia gesehen hat. Ja, aber, wow, das ist aber auch echt, also die Szene ist, uh. Das war doch so ein bisschen Tribut, oder? Für, für Carrie Fisher auch nochmal, auch die Szene nochmal zu zeigen. Ja, aber es war jetzt nicht wirklich wichtig. Nee, eben, es war nicht wichtig, aber nur für sie, glaube ich. Ja, aber, ne, die wussten ja noch nicht, als sie, die wussten ja, als sie, äh, Force Awakens gedreht haben, noch nicht, dass sie stirbt. Ähm, nein, sorry, ähm, ich meine doch jetzt in Episode 8 war doch auch die Szene, wo R2 nochmal die junge Carrie Fisher polizieren. Ja, ja, nee, das weiß ich, aber die Geschichte, also die, 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 die Story war ja jetzt. Dass, ähm, Rian Johnson erzählt hatte, er hätte J.J. Abrahams gesagt, ähm, ihr habt das, die Szene jetzt mit BB-8 gedreht, auf Achtow, das Ende, ähm, da muss R2-D2 dabei sein. Und dann hätten sie im Schnitt, äh, BB-8 rausgeschnitten, äh, und ihn durch, digital durch R2-D2 ersetzt. Also, weil, weil, weil Rian Johnson gesagt hat, das ist total wichtig für den nächsten Film, dass R2-D2 da vor Ort ist und wo ich gedacht hab, ja komm, also das hätte man ja aber auch jetzt durch einen, einen, einen Strich im Drehbuch hätte man jetzt das irgendwie ändern können, hätte gesagt, irgendwie R2-D2 hat dir die Aufzeichnung mitgegeben oder das, ja, hat dir die USB-Stick. Also, das war halt überhaupt nicht wichtig. Stimmt. Und, was natürlich, wo ich jetzt wieder versuche, wo ich wieder das Gefühl habe, sie versuchen, so einen Hype zu, 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 ähm, konstruieren, der eigentlich auch nicht richtig gerechtfertigt ist, ist fucking Captain Phasma. Ja. Und du denkst, das ist beim, beim, beim letzten Mal schon so, oh, Captain Phasma, einmal durch, von links nach rechts durchs Bild und glänzt und einmal von rechts nach links durchs Bild und dann kommt sie in die Müllpresse. Wow, Captain Phasma, wir hoffen, dass wir ganz viele Captain Phasma-Spielzeuge verkaufen, weil die, das ist ja quasi der Gold, der, der silberlackierte Storm, Stormtrooper. Und hier in dem Film war das jetzt so wieder, das ist so wie, we try to make another Boba Fett happen. Ja, und ich hätte sie ja gerne mal ohne Maske gesehen. Einmal, dass Brienne auch mal zu sehen ist. Also, wenn Game of Thrones-Fans wissen, von dem ich spreche. Schade eigentlich. Gwyn, 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 Gwyn. Genau, genau. Ja, man sieht nur ihr Auge einmal. Und ich verstehe halt nicht, also, nachdem ja eh schon der ganze Ausflug von, von Finn und Rose total überflüssig ist, ähm, ist halt auch der, dieser, dieser, du denkst, warum, warum muss Captain Phasma jetzt nochmal auftreten? Und warum macht sie jetzt da so ein, ein Fade draus? Und warum muss ich da jetzt eine lange Exekution, wo sie extra nochmal, extra Exekutionswaffen, um das Ganze, um sicher zu gehen, dass auch möglichst viel dazwischen kommen kann bei der Exekution, hol ich jetzt nochmal, mach ich das in einer umständlichen Riesenhalle, wo es irgendwie keinen Grund für gibt. Dann hol ich nochmal extra Leute mit Laserexten, die sie enthaupten können, wo du denkst, äh, also, es ist halt so, ich glaube, es hat beim letzten Mal nicht funktioniert. Und Captain Phasma, das wird kein Ding, das wird, die wird nicht der nächste Boba Fett. Äh, nee, auf keinen, ja, jetzt wahrscheinlich sowieso nicht mehr. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das schon wieder überlebt. Oder hast du da noch Hoffnung? Ja, weiß ich nicht, bei Boba Fett sagen sie ja auch, der hat überlebt. Da hat man auch gedacht, der ist jetzt weg, nachdem er in Salak reingehubst ist und dann, nein, der ist offiziell ja wieder rausgekommen. Und du denkst, seriously, Boba Fett war nie so cool, wie ihr es alle erzählt habt. Boba Fett hat einen Auftrag gemacht, dann hat er Han Solo auf dem Silbertablett bekommen, dann hat er, dann hat jemand gegen seine Düse gehauen und dann ist er in Salak reingefallen. Nein, das ist der komplette Arc von fucking Boba Fett. Ja, stimmt. Ja, so ist es. Deswegen, ich glaube auch noch nicht daran, dass es da wirklich einen eigenständigen Film gibt. Ich glaube, jetzt kommt er erst mal Solo und dann vermute ich eher, dass sogar ein Obi-Wan-Film vielleicht kommt als ein Boba Fett. Ja, der kommt ja. Da haben sie ja gerade, das war ja, ist ja jetzt gerade, heute oder gestern irgendwie so die Meldung, dass sie jetzt angefangen haben mit dem Dreh zum Obi-Wan-Film. Ach, das freut mich ein bisschen. Auch gerade für Ewan McGregor, den nochmal in der Rolle zu sehen. Immer ist er es denn? Ich weiß gar nicht. Oder, warte mal, war das Drehstart oder war das Produktions-, also Productionsstart? Ich will gar nicht, ich will jetzt nichts weitergeben. Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich kübel mal kurz. Ja, also ich vermute auch, dass zum Beispiel, wenn wir gerade beim Han Solo sind zum Beispiel, dass der nicht im April kommt. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil dann hätten sie jetzt spätestens zu Episode 8 doch jetzt mal einen Trailer rausgebracht. Also, und vor allem im April kommt noch Disneys zweite große Hoffnung Infinity War. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die die innerhalb von drei Wochen gleichzeitig starten lassen. Ich bin auch noch unsicher. Also, ich glaube, dass der kommt, aber ich weiß nicht, ob sie das Datum halten. Die sollen das wieder Weihnachten machen. Weihnachten fehlt doch eh wieder ein Star Wars dann. Ja, und Disney hat doch, er kann sich dann mit Star Wars Filmen echt beschmeißen und mit Blockbustern. Ich meine, sie haben ja tatsächlich einen sehr guten Track Record. Das muss man ihnen ja lassen, so kritisch ich auch das sehe, diese Marktdominanz von Disney. Aber das Problem ist tatsächlich, verglichen mit anderen Studios haben sie einfach einen sehr guten Track Record, was gute oder zumindest sehr solide Filme angeht. Das ist jetzt nicht alles ein Meisterwerk, aber sie haben weniger Scheiße, also richtig fiese Scheiße produziert, als die meisten anderen großen Studios. Oh ja, oh ja. Du sag mal, warum am Ende gibt es doch diese schöne Szene mit dem Hyperantrieb einmal quer wie so ein Buttermesser durch die imperialen Schiffe oder durch die First Order Schiffe. Warum hat man das nicht vorher schon mal gemacht, weil mit den Schiffen, die da kein Benzin mehr hatten, bevor das Benzin leer ist, umdrehen, Hyperantrieb rein in die Dinger. Ja, da gibt es aber eine ganz wirklich gute Erklärung für, for dramaturgical purposes. Ja, okay. Das musste ich aber leider in dem Moment sofort denken. Warum kommt das auf die Idee? Warum? Absolut. Warum? Auch sie wollte ja eigentlich nur mit dem Schiff sie ablenken oder einfach nur ein bisschen weiter schippern, bis sie sie erwischen. Warum nicht auch da direkt sagen, okay, ich dreh jetzt um und mach ein auf Kamikaze. Ja, vielleicht wäre das, also vielleicht, weil, vielleicht wäre das das Medical Ship jetzt zu klein gewesen oder so. Ja, dann. Vielleicht hätte das gegen hier den, gegen die Dreadlocks nichts ausgegeben. War das auch ein Dreadlock eigentlich, das Ship von Snoke? Es sah irgendwie noch größer aus. Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Das ist ja auch so oft typisch Star Wars, dass diese Bezeichnungen manchmal gar nicht im Film auftauchen, sondern erst auf dem Spielzeug. Also werden wir mal erwarten, wenn das nächste Lego-Set ist. Ich habe hier hinter mir steht mein Supersternzerstörer noch hier oben. Den neuen Millennium-Falken muss ich noch bauen, aber ja, mal gucken, vielleicht wird das dann so ein 10.000-Teile-Stück oder so. So sah es jedenfalls von der Größe aus, wenn ich das nachbaue. Ja, mal schauen. Warte mal, das ist The Supremacy was a Megaclass-Star-Destroyer that served as a flagship of Supreme Leader Snoke. Das war ein Megaclass-Star-Destroyer. Okay, also, ja, okay. Also schon Sternzerstörer, aber Megaclass. Ja. Nicht Supersternzerstörer, sondern Mega. Mal gucken, da kommt in Episode 9 der Giga. Powered by Vodafone. Mal schauen. Oh Gott, bitte. Das ist, ja. Ja, also, ich fand den insgesamt jetzt, müssen wir, glaube ich, langsam mal zum... Ich würde wenigstens noch kurz über den Humor sprechen, weil gerade, ich mag Dom Hall Gleeson sehr gerne. Und er hatte eine Szene am Anfang direkt mit dem Snoke. Ja, ich nehme das Gespräch in meinem Raum an. So, so PK-mäßig. Oh, ich gehe in meinen Bereitschaftsraum. Ach, da bist du ja schon so nach dem Motto. Also, die Szene. Dann auch wieder diese Käbeleien im Grunde mit Kylo Ren. Das Gebitsche mit Kylo Ren ist echt schön. Ja. Und er hört auch nicht auf. Also, er ist zwar, wird zwar am Ende fast totgewürgt, fast force-choked von Kylo Ren, aber er ist trotzdem halt noch irgendwie ein schnippischer Bastard, wenn Kylo Ren dann sagt, alle, feuert alle auf diesen einen Mann. Bam, 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 bam. Reicht's jetzt vielleicht? Ist er vielleicht tot? You think you got him? Ja, super geil. Also, das sind diese Szenen. Also, ich habe mit einigen aus dem Kino, nach dem Kino direkt mit denen gesprochen. Einige fanden halt an einigen Stellen den Humor sogar fast schon unpassend. Also, die Szene jetzt fand ich okay. Aber klar, wenn das dann so manchmal so geeinigt dramatisch ist und es wird dann ein One-Liner nach dem anderen gedroppt, ja, kann man sich drüber reiten. Das stimmt natürlich. Also, es ist schon, es gibt aber gleichzeitig, denke ich, ich fand den Humor nie, er ist nie auf das Niveau der Prequels runtergesackt. Oh ja, ja, stimmt. Also, du hast immer Humor gehabt, du hast auch Evok-Humor gehabt und sowas, aber es gab ja den immer Humor und es gab ja auch, sagen wir mal, R2-D2 und C-3PO waren ja auch immer. Ja, oder BB-8 auch, ne, in den letzten, ja. Die Comic-Reliefs. Ja. Aber ich fand zum Beispiel, es gab immer einen Unterschied zwischen der Art, wie R2-D2 und C-3PO in Character-Comic-Relief waren, in der Original-Trilogie und wie sie halt wirklich für üble Slapstick-Scheiße verheizt wurden in den Prequels. Ja. Er hat mit dem Konfrontieren mit Leuten, die diese Würde nicht akzeptieren oder damit nicht umzugehen wissen. Ja, ja. Daraus kommt ja ganz viel, dass er quasi immer so dieser, oh, und ich möchte das und das machen oder so, Master Luke, bla, 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 bla. Und dann ist halt irgendjemand, der kommt beim Wookie nicht weiter, wenn er halt eine hilfreiche Bemerkung gegenüber dem Wookie macht. Und der Wookie sagt halt irgendwie, ich reiß dir gleich einen Arm aus im Endeffekt. Und das ist der Humor, der passt. Und ich hatte das Gefühl, dass der in diesem Film auch die meiste Zeit das Humor war, der den Figuren einigermaßen treu geblieben ist. Ja, ich fand's auch schön. Allein die, auch die, selbst die Chewbacca-Szene mit dem Hähnchen, was er verspeisen will und dann sind diese traurigen, guckenden Vögel da. Ja, es hat halt ... Porks. Die Porks. Und die Porks waren auch nicht so nervig wie vielleicht befürchtet nach dem Trailer. Da dachte man, oh Gott. Fand ich auch, fand ich auch. Fand ich okay, absolut okay. Ja, da war ich auch positiv überrascht, als ich gedacht hab, ich hab jetzt schon gedacht, oh, jetzt kommt alle drei Minuten lustiger Porks-Labstick. Also so ein bisschen war's mir ja bei Guardians of the Galaxy ein bisschen zu viel Baby Groot im zweiten Teil. Ja. Und da hab ich dann gedacht, hoffentlich ist das mit den Porks nicht so, dass sie jetzt, oh, das sind die total lustigen und da kommen die alle drei Minuten vor. Und sie kamen vor, aber sie kamen halt auch nur auf Achtow vor und es war halt so wie, ja, die Insel ist halt infested mit den Dingern und wenn du die Tür nicht zumachst, kommen halt diese, so wie bei uns Stasentauben, kommen halt diese scheiß Viecher rein. Und so waren sie auch. Es war ja gar nicht mal so ein Pet-Pork, dass sie jetzt versucht haben, eine emotionale Beziehung zwischen Chewie und so einem Pork herzusteuern, sondern, ja, er hat einfach die Tür nicht zugemacht und da sind halt scheiß Porks an Bord gekommen und die sieht man dann eben. Und das fand ich tatsächlich auf die Art und Weise ganz lustig, dass man jetzt nicht gedacht hat, oh, das ist jetzt irgendwie Blubbi, unser Lieblingspork, sondern es war halt irgendein Pork. Ja, wie zu viele Tribbles, ne, a la Star Trek, ja, dachte ich auch, weil die sich überall eingenistet haben. Ja, und sie sind ja niedlich, aber es war jetzt kein so ein einzelner Pork, der jetzt eine größere Rolle gespielt hat und auf der Ebene funktionieren die wunderbar. Ja, also deswegen, mir hat der Humor eigentlich auch ganz gut so weit gefallen in den ganzen Filmen. Ja, und dass Luke im Alter halt ein bisschen mehr Mark Hamill geworden ist, finde ich jetzt auch nicht schlimm. Nö. Also ich meine, man hat ihn jetzt wirklich halt 30 Jahre oder 35 Jahre nicht gesehen und dass der halt auf der Insel da jetzt nur mit diesen paar Aliens gelebt hat, ja, ich finde es okay. Er ist halt ein bisschen kauziger und ein bisschen zynischer geworden und er hat halt so ein bisschen Humor, wie ihn halt Mark Hamill auch hat. Von der ganzen, also auch, also die erste Trainingsszene, die ja sehr schön ist mit Rey, wenn dieses Reach Out und sie macht die Hände nach vorne und er puschelt ihr mit einem Blatt daran herum. Ja, das war super, ja, das war wirklich gut. Zum Beispiel das Rückblicksszenen von der Jedi Academy, die waren dann halt dafür extrem unspektakulär, wo ich halt gedacht hätte, man sieht mal ein bisschen mehr, wie dann die Geschichte dort war. Das war ja wirklich im Endeffekt nur immer dieser Schnitt in dem Zimmer von Kylo und dann saßt ihr nachher, alles brennt so ungefähr. Mehr war das ja nicht. Und es war unwesentlich mehr, als man jetzt eh schon durch ihr Flashback außer aus Episode 7 wusste, ne? Ja, genau. Und es gab ja, war das die Szene, wo man diese Ritter von Ren gesehen hat oder was? Da gab's ja auch im ersten Trailer zu Episode 7, glaub ich, Szenen, ne? Ja, die wurden ja auch nie irgendwie groß aufgegriffen, ne? Überhaupt nicht. Ne, also diese ganze Mythologie, also ich hab auch echt das Gefühl, dass man sich versucht, ein bisschen wirklich von dieser ganzen Mythologie so ein bisschen zu verabschieden und zu sagen, ja, selbst wenn jetzt neue Jedis kommen, dann wird das halt, dann werden das eigene neue Jedis sein, die auch eher sich wieder zurückbesinnen auf die Macht, aber jetzt nicht sagen, aber in den Journal of the Whales steht ja geschrieben und Yoda hat irgendwie das und das, sondern das wird mehr so eine sehr pragmatische Art, wo sie, wie sie zum Schluss auch sagt, Steine. Ah, okay, ich nehm das jetzt mal, um die Steine wegzuräumen und dafür ist es dann gut und für so Wahrnehmung ist es auch gut, aber ich muss da jetzt nicht so eine Religion dran. Also ich hab das Gefühl, sie versuchen so ein bisschen diesen religiösen Aspekt zurückzudrängen, was ich gar nicht so schlecht finde. Ja, ja. Ne, find ich ja auch. Also das war auf jeden Fall auch eine Message. Und gerade weil sie ja bei Rogue One sogar noch diese, wie hießen die, Wells? Ich kann mir den Namen nicht merken. Ja, the Guardians of the Whales. Ja, oder Whales, genau. Gerade weil sie es da ja so zum ersten Mal so ein bisschen angeteast oder so ein bisschen reingebracht haben, hätte man ja meint, okay, vielleicht greifen sie sowas jetzt, weil wir es jetzt etablierter haben, auch im Filmuniversum, vielleicht greifen sie was da in der Richtung in Episode 8 auf. Aber wie du schon sagtest, nö, gar nicht. Also das war halt das Schöne und das Überraschende. Und die sind ja eigentlich etabliert, also die sind ja schon seit der ersten Romanversion von Alan Dean Forster, gibt's ja das Journal of the Whales, da gibt's ja immer so ganz schön Zitate aus diesem Journal of the Whales. Und deswegen ist das ja für ganz viele so ein, oh, ganz, ganz, ganz heiliges Lore. Und deswegen sind die Leute ja auch ausgerastet, als sie im Trailer gesehen haben, oh Gott, man sieht irgendwie so ein Buch, der, 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 so, das sind ja bestimmt die, das Journal of the Whales. In diesem sehr fakig aussehenden Baumstamm, der wirklich aussieht wie aus einem Vergnügungspark. Das war einer der wenigen Sets, die wirklich schäbig aussehen, fand ich, dieses Baumsetting. Das stimmt, ja, sah auch sehr unspektakulär einfach nur aus, ja. Es sah halt null aus wie ein Baum. Also dafür, dass auch alle wieder gesagt haben, oh mein Gott, das ist irgendwie der Forest Tree. Und es gibt ja haufenweise Lore wieder mit, das sind die, das sind die Machtbäume. Und alles, was Yoda macht in diesem Film ist, brenn die Scheiße ab. Genau, genau, ja. Fand ich, fand ich sehr angenehm. Da wollen wir mal zum Schluss kommen. Also wir sind uns, glaube ich, einig, dass uns der Film beiden sehr, sehr gut gefallen hat. Ich denke, das haben wir so rausgehört. Es gab natürlich hier oder da kleinere Schwächen, aber die sind bei dem, was, was man an Erwartungen hatte, also auch ich hatte, ähm, gering, sodass man wirklich sagen kann, Top-Film. Ja, also absolut, für Fans auf jeden Fall sehenswert. Für Nicht-Fans, ja, also das ist halt ein bisschen viel Ballast. Und ich hätte einfach mal, ich glaube, ich hätte zwischen 20 und 30 Minuten weniger und ein bisschen, also ich glaube, ich wäre jetzt, in dem Film geht es jetzt noch, aber ich wäre, glaube ich, ein bisschen knatschig, wenn sie jetzt im nächsten Film wieder für Finn nicht wirklich irgendwas zu tun haben. Ja, ja. Und für Poe müssen sie sich halt auch was, ähm, ausdenken. Das ist jetzt so das, was ich mit rausnehmen würde, weil, okay, Lukes Geschichte ist jetzt, der wird zwar noch mal als Force-Ghost im nächsten Teil garantiert auftauchen. Gehe ich auch von außen. Aber, gehe ich, ja, das muss ja auch so sein. Ähm, aber letztlich ist so die Skywalker-Geschichte jetzt auch mal langsam beendet. Ähm, und, ähm, wir haben jetzt Rey, die hat natürlich einen Arc, der ist ganz wichtig. Wir haben Kylo Ren, der hat einen Arc. Aber gebt bitte für den nächsten Film Finn und Poe irgendwas zu tun, was handlungsrelevant ist, damit man die nicht immer quasi so auf, auf, so, 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 so eine Schnitzeljagd schicken muss. Während Rey halt ihre wichtige Journey hat, sind die halt so die, geh doch mal da drüben auf dem Planeten und hol uns Wichtiges ein. Das ist wie so im Adventure, wenn du so hingeschickt wirst. Aber bevor du das machen kannst, brauche ich einmal Papier, eine Büchse Bohnen und das und das und das. Ja. Und, weißt du, das würde ich mir wünschen. Das wäre so mein Ding, das ich jetzt mitnehmen würde für den, für den nächsten Film. Ja, ich bin auch sehr gespannt, vor allem, weil es jetzt wieder J.J. Abrams in die Hände nimmt. Ähm, also da werden wir wahrscheinlich wieder den ein oder anderen Landsflare vielleicht entdecken. Aber in der Summe wird das hoffentlich gut zu Ende bringen. Und ich weiß gar nicht, ob Rian Johnson da ein Drehbuch mitgeschrieben hat jetzt für Episode 9. Hauptsache Colin Trevorrow hat nicht mitgeschrieben. Ja, ganz genau, ganz genau. Gut, dann sind wir uns einig. Wir freuen uns auf jeden Fall. Geht alle rein. Guckt ihn euch an. Genau, ich hatte sogar die Ehre mit ein oder zwei Nicht-Fans, nämlich nachher zu sprengen. Die fanden ihn trotzdem gut. Aber da gebe ich dir recht, ich glaube, für Nicht-Fans wären 20 Minuten weniger perfekt. Für Fans, die freuen sich immer jede Minute mehr. Ja, stimmt. Gut, vielleicht zum Abschluss. Wo kann man dich denn finden, wenn man mehr von dir sehen und hören oder wissen möchte? Ja, mich und Maniac kann man jede Woche mit mindestens zwei Videos auf dem Kanal Flips Filme, Serien, Games auf YouTube finden. Das ist quasi unsere regelmäßige Sendung. Immer am Sonntag um 10 Uhr gibt es die Film-News der Woche zusammengefasst, meistens so 10 bis 15 Minuten, je nachdem wie viel in der Woche passiert ist. Geben wir euch so einen Überblick. Und da kriegt ihr dann quasi so kompakt mit, was so, ich sag mal, ist viel Blockbuster-Kino, wir haben auch ein bisschen Indie-Zeug mit drin, aber der Fokus ist schon eindeutig, sag ich mal, dass die Filme, die die meisten Leute auch irgendwie interessieren, also viel Superhelden-Zeug, viel Lukas-Film-Zeug natürlich, Mischung aus Nachrichten und Film-Reviews finden auch statt. Und auch mindestens einmal im Monat gibt es einen Podcast mit mir und dem Kollegen Diemen, der heißt Die Männer aus Saal 3. Da reden wir über das, was wir so gesehen haben, also das kann auch Serien, das kann auch irgendwie Games sein und wir nehmen uns meistens einen Film wirklich in epischer Länge vor, das heißt, da gehen wir dann wirklich sehr ins Detail. Letztes Mal hatten wir Blade Runner sehr kontrovers irgendwie auseinandergenommen, Thor hatten wir jetzt und Justice League hatten wir zuletzt irgendwie sehr ausführlich besprochen und also das ist wirklich, da geht es wirklich sehr ins Detail. Der wäre ein, sag ich mal, Flips, der schnelle News-Überblick ist, um einfach einmal in der Woche zu wissen, was sind denn die Themen, die gerade irgendwie anliegen, ist Männer aus Saal 3 wirklich so in die Tiefe gehend? Und halt auch das Konzept des Podcasts ist, dass wir mich quasi als jemand, der absoluter Film-Nerd ist, haben und Diemen, der quasi als normaler Zuschauer den Blick auf das Ganze hat und da ist auch manchmal Dinge einfach anders einschätzt und, sag ich mal, mit dem normalen Zuschauerblick da drauf geht und da prallen dann auch gerne mal Meinungen aufeinander. Sehr schön. Ja, wir werden euch das Ganze auch verlinken. Wir bringen ja die Podcast-Folge sowohl bei YouTube als auch über den Podcatcher raus und bei iTunes. Ihr werdet die Möglichkeit haben, auch über unsere Webseite dann auch auf die Links zu stoßen. Ja, dann danke ich dir schon mal, lieber Oliver. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, direkt so auch kurz nach dem Film quasi, nur ein paar Stunden danach, direkt schon drüber zu sprechen und ja, es macht halt auch, ne, allein wenn man allein über diesen Film jetzt so spricht, macht es schon wieder Spaß und man würde vor allem auch viele Szenen nochmal sehen wollen, aber das werde ich wahrscheinlich sowieso nochmal machen. Na gut, dann wünsche ich euch euch ganz viel Spaß beim Star Wars gucken und vielleicht schaut ja mal bei mir rein, bei Flips und bei Maniac. Genau, das machen wir ja. Ansonsten, wir hören uns eben spätestens Anfang Januar wieder zum Jahresrückblick, Jahrescharts. Ansonsten wünschen wir euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und ja, in diesem Sinne, bis dann. Tschüss. Tschüss. Urteil über. Ich war großer Episode 7 Fan, ich hab den sehr, 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 sehr gemocht. Ich mochte das Casting, ich mochte, wie mit neuen Charakteren umgegangen wird. Ich fand, dass die alten Charaktere, also Han Solo und sowas, natürlich schön war, dass sie da waren, das war viel Fanservice. Das hätte es an mancher Ecke aber schon gar nicht mehr gebraucht. Episode 8 macht da vieles anders, weil Episode 8 auf der einen Seite natürlich die Story weiterentwickelt und emanzipiert. Sie weicht so ein bisschen von dem Weg ab, den man mit Episode 7 vermutet hat. Das mag ich schon mal sehr, 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 sehr daran. Ich mag die ganzen neuen Figuren. Ich liebe von General Hux, sogar über die blöde Fasma, die nur kurz auftaucht, über Kylo Ren, den ich vergöttere, bis hin zu Rey und Finn, die einfach so viele Facetten haben, liebe ich so viel daran. Und ich liebe auch, wie man Prinzessin Leia und Luke Skywalker in diesen Film eingebunden hat, wie die dargestellt werden, wie viel Zeit die eingeräumt kriegen, wie großartig die beiden spielen, mit wie viel Bock die beide nochmal vor der Kamera stehen. Und jeder Blick von Prinzessin Leia macht den Tod von Carrie Fisher nur noch schlimmer und tragischer, weil einem einfach klar wird, dass diese wunderbare Frau einfach nicht nur unter in Zweit, sondern dass sie auch einfach nicht in Episode 9 dabei sein wird. Und das ist alles einfach in sich grauenvoll. Gleichzeitig ist es so das beste Abschiedsgeschenk, was ein Mensch uns machen kann, sich nochmal so zu präsentieren. Es ist anbetungswürdig, was da abgeliefert wird. Ich feiere sie, ich feiere ihn, ich feiere die Story, ich feiere den Werdegang der Story. Ich feiere, dass auf so vieles geschissen wird, dass einfach Sachen so banal erklärt werden. Ich finde es geil, was der Film bricht, was der Film macht, dass er sich was traut, dass er trotzdem auch klassisch ist, dass er weiß, wie man mit Humor einer guten Storyline in Kombination irgendwie zu arbeiten hat. Nicht zu viel, nicht zu wenig, dass man Merchandise einbindet, wie zum Beispiel den Pork, aber einfach das alles nicht überlastet, sondern dass alles auf so einem Level stattfindet, dass selbst der schlimmste Hater mit seinem dämlichen, durchgestrichenen Pork-T-Shirt einem nicht auf den Sack geht. Ich finde, noch zweimal gucken kann man sagen, dass Episode 8 sich in den ganz, ganz oberen Star Wars-Filmen einreiht. Die neue Trilogie, möge der Start für viele noch so dumm gewesen sein, dass die neue Trilogie ein fantastisches Machwerk ist, was extrem viel Spaß macht und in eine ganz tolle Richtung geht. Und ich freue mich, den letzten Teil dieser eigenen Trilogie erleben zu dürfen. Disney macht seit drei Jahren alles richtig. Ich habe jetzt drei großartige Star-Wars-Filme hintereinander gehabt. Natürlich Rogue One ist was anderes so, aber auch der macht auf so vielen Ebenen so viel Spaß, so viel richtig, sieht so toll aus und fühlt sich so schön Star-Warsig an. Und das tun alle drei, das tut auch Episode 8 und das mag ich einfach gerade. Und ja, die Marke ist in guten Händen, wird mir immer wieder klar. Ich habe mit dem Ganzen einfach Spaß. Ich bin da vielleicht auch nicht so streng wie andere, ich muss da nicht immer den Fehler im Detail suchen. Natürlich gibt es auch Sachen, die deplatziert sind, Kleinigkeiten, es gibt Figuren, die vielleicht in ihrer Storyline ein bisschen zu kurz kommen. Wir können jetzt sehr, sehr lange darüber analysieren, was, wie und wo, das werden die Jungs aber wahrscheinlich eh schon tun. Und deswegen will ich einfach nur meinen Gesamteindruck nach zweimal schauen an einem Tag heute kundtun. Und das ist einfach mega. Ich liebe diesen Film. Ich finde erst noch eine Steigerung zur Episode 7, den ich schon sehr, 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 sehr mochte, wie gesagt. Und ich habe keine Zweifel mehr an irgendwas, was diese Filmreihe angeht, sondern bin froh und stolz, dass ich das alles live im Kino miterleben darf, was da gerade an Geschichte geschrieben wird. Und Episode 8, absolute Empfehlung, das absolute Kino-Highlight 2018, 17, kommt natürlich, das Beste kommt zum Schluss und das haben sie umgesetzt. Und jetzt kann ich völlig beruhigt in meine Weihnachtsferien gehen. Aber ich muss den Film bis dahin noch dreimal gucken, weil noch drei Veranstaltungen anstehen, wo ich anwesend sein muss und muss ihn sehen. Aber es gibt nichts Besseres, als zu sagen, hey, ich habe diesen Film noch fünfmal in der ersten Woche gesehen, weil er einfach auch fünfmal in einer Woche gesehen werden kann. Das ist einfach würdig. Nun gut, liebe Grüße an alle und bis bald. Ich war der Maxe von Radio Nogula im Autokino Rumble Pack, Nerdy Turdy Gang, Rockstar Rapper und andere tollen Sachen. Choking Hazard, was weiß ich. Tschüss. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Bis zum nächsten Mal.